Indica. Endlich Indica. Kam vor zwei Wochen raus. Und Patronax, sag ich schon, für 19 Monate. Kam vor zwei Wochen raus. Sieht sehr, sehr nice aus. Und ich konnte es nicht direkt streamen, weil ich wollte erst auf die Konsolen-Version warten. Die Konsolen-Version kam jetzt irgendwie eine Woche oder zwei Wochen später raus. Jetzt ist es endlich da. Auf Konsole. Und ich kann es auf Konsole spielen. Hätte es gerne direkt zu Release gespielt, weil jetzt habt ihr es schon alle gespielt. Und schon euch alle angeschaut. Jetzt könnt ihr euch hier nicht mehr mit mir gruseln. Jetzt bin ich alleine, der sich gruselt. Aber ja, wenn ihr es halt noch nicht mitbekommen habt, noch nicht gesehen habt, es ist wohl Horror in irgendeinem kleinen russischen Dorf, wo wir eine Nonne spielen. Und die Nonne steht irgendwie wohl in Kontakt mit dem Teufel. Und dann mehr erinnere ich mich gar nicht. Wieso sie in Kontakt mit dem Teufel steht, was der Teufel von ihr will, ob er sie... Keine Ahnung. Irgendwie stehen die wohl in Kontakt miteinander. Wahrscheinlich kontrolliert er sie irgendwie sonst was. Und ja, es sah sehr, sehr artistisch aus. Ja, also sehr arzi-fazi aus, so von den Kamerafahrten und so von der Optik und so. Das sah schon sehr, sehr hübsch alles aus. Deshalb habe ich ja auch auf die PS5-Version gewartet, damit wir halt auch auf maximaler Grafik spielen, weil wahrscheinlich würde man ein PC das nicht vernünftig hinkriegen. Und ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass wir gerade das so in Pixel-Art haben. Aber ja, okay. Warte, Einstellungen. Nein! Einstellungen. Hoffe, du hast noch was anderes für später geplant. Bitte hört auf, über das Spiel zu reden. Oh mein Gott. Hat mich schon so genervt auf Discord und auch in den letzten Tagen hier im Stream. Die ganze Zeit kommen irgendwie Leute rein und die sagen, Indica ist echt trash geworden. Ähm, boah, ey, keine Ahnung, ob die Indica gefallen wird. Lass mich doch! Mann, wird mir schon so ein bisschen Lust genommen, weil so Leute es schon so ein bisschen getrash-talkt haben. Die letzten Tage im Stream, nein, halt letzte Woche Kaisa-W. Ähm, so. Untertitel sind an. Sprachausgabe. Russisch oder Englisch? Okay. Okay. Es gibt leider keine Größe für Untertitel. So. Okay, neues Spiel. Ist das bei euch auch so leise? Hab ich das richtige Spiel runtergeladen? Das ist irgendwie eine komische Zahl oben links in der Ecke. Oh, ich kann steuern. Warte. Das habe ich schon mehrmals was dazu gelesen. Warte. Den machen wir schon mal direkt für den ganzen Stream weg. So. So. Leute, ich glaube, ich habe das falsche Spiel runtergeladen. Sch Infinite. Scheiße. ich bin so sorry. Oh, forgive me. Ich habe mich selbst verletzt. Oh, ich habe das. Sorry, sorry. Sorry, I didn't mean to. Go! There's a basket for Smeragda in the warehouse. She's waiting. Okay, Pflicht. Bringe einen Eimer mit Gemüse aus dem Lagerhaus zu Schwester Smeragda im Speisesaal. Okay, von diesem ganzen Gamification-Kram hat man in den Trailern, also die Trailer, die ich gesehen habe, gar nichts von gesehen. Ich bin so verwirrt. What does it mean to be truly righteous? To never succumb to temptation, or to take a vow of chastity despite constant temptation? Our heroine did not know the answer to this question, and preferred never to dwell on it. If it were up to her, she would have chosen the quiet life of a nun. However, destiny had something different in store for her. Okay, die Anzeige ist ja auch die ganze Zeit da. Ich hoffe, das wird die Immersion nicht brechen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein vierter Wand-Scheiß-Ding sein wird oder sowas vielleicht. I don't know. Chat, wir haben heute einen Horror-Freitag und wir haben gar nicht über den Elefanten gesprochen, Chat. Es gab gestern ein neues Gameplay zu Silent Hill. Äh, zu Silent Hill 2 Remake. Fände ich nicht sonst geil. Es gab gestern Nacht, oder heute Nacht um 0, um 1 Uhr, gab es eine Silent Hill Intermission. Wo die Silent Hill Merch gezeigt haben, was sie zu dem Film gezeigt haben und zu dem Remake gezeigt haben. Ähm, und... Ich sag mal so, es sieht auf jeden Fall schon besser aus als die anderen Trailer, die vorher kamen. Äh, wir werden es auf jeden Fall streamen. Es wird nicht das schlimmste Horror-Spiel sein, was wir freitags gespielt haben. Äh... Aber ja. Ich freu mich ein bisschen drauf. Aber ich freu mich auch, ähm, auf Silent Hill 2 unter anderem, ähm, wegen... Weil wir im Laufe des, des Releases, also kurz davor, auch nochmal das Original replayen werden. Hier im Stream. Darauf hab ich halt mega Bock. Und dann halt direkt das, äh, Remake danach. Das wird nice. Das werden nice Streams. Oh, nice Sally. Hät die Frau in der Idle-Animation? Sie ist ein bisschen schüchtern. Sie, sie... oder nervös. Nervös eher, nicht schüchtern. Boah, die knabbert auch an den Fingern. Die ist einfach ich. Wenn ich nervös bin, dann mach ich das auch immer. Ich spiel irgendwie an den Fingernägeln, beiß immer drauf rum, dass er die Popelt. Ja, ja, genau. Mach ich auch immer. Okay, ähm... Ich mein, irgendwie muss man ja nach oben kommen, ne? Moment, ich kann hoch. Ich kann hoch. Oh, okay. Ich muss gehen, ja, scheiß auf die Alte da oben. Oh, hat die Pech gehabt, wa? Ist aber auch mutig, wie sie da hochgeklettert ist. Die ist jetzt Softlock da oben, ja. Die meisten Unfälle passieren zu Hause mit Leitern. Wir wissen nun, warum. Stesha? Die ist so ein bisschen awkwardly nett, ne? Thank you. The sisters loved Indica. Christian love is known to be patient, merciful and faithful. However, in a lowly human sense, they didn't love her that much. To be completely honest, they didn't love her at all. Many of them felt nothing but disgust for her. Indica, however, was not to blame. Were it not for the voice that was inculcating ideas in her, Unforgivable for a Christian? She would have been a virtuous and rather mediocre nun. Indica's biggest dream was for that voice to leave her alone once and for all. Her entire life became a struggle. I think, sie hört das gerade auch alles, oder? Ich denke mal, sie hört das gerade auch, ne? Quasi der Teufel spricht die ganze Zeit so über sie. Für was steht Indica, kennt das nur, um zu sagen, mit Bubats? Äh, ja, ich denke, sie hört diese Stimmen, weil sie die ganze Zeit mies drauf ist. Die hat eine durchgezogen. Die ganze Zeit. In jeder Pause zieht sie sich eine rein, Alter. Und dann hört sie Stimmen. Alter, ne Prothese. Let's go. Reliqua Birgt ein Brüchstück der Überreste des heiligen Barlam von Ägypten, berühmt für den vorzüglichen Duft des Heiligen. Hilft bei Magenverstemmung, Magen-Darm-Beschwerden und Krankheiten des Organe des Beckenraums. Okay, wahrscheinlich da drin, hier. Wo das offen ist, wahrscheinlich, dass das Zeug da drin. Diese Gamification ist so weird. Und Fabian, danke schön für neue Monate. Als wenn diese Gamification einfach nur so da ist, dann ist es echt weird. Ich hoffe, sie hat wirklich irgendwie was Plot-Relevantes. Sie ist Gamerin. Sie ist ein fucking Android einfach. Das ist hier Nio Tomata einfach quasi. Und ich krieg jetzt so ein Ding. Level-Aufstieg? Demut 4, du erhältst die Chance, dir jetzt zwölf zu verdienen. Was zwölf? Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator. Ja, ich guck jetzt, wir nehmen den Multiplikator. Fülle das was mit Wasser. Pflicht. Und ich brauche jetzt mehr für das nächste Level-Up. Was ist hier los? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Vielleicht ist es ihre Art, so durch den Alltag durchzugehen. Und wenn sie halt so langweilige Aufgaben den ganzen Tag machen muss, dann gamifiziert sie das einfach in ihrem Kopf immer so. Game-Up, Dankeschön. Für zwei Monate. Mach ich auch auf Arbeit. Level-Up, Arsch abwischen ist mein Fave. Hast du da auch in deinem Kopf so ein Skill-Tree? Das ist die Gaming-Schwester. Wenn sie gleich mit ihren täglichen Arbeiten fertig ist, geht sie erstmal in ihr Bunker, wo sie erstmal die Playzie einschmeißt. Und dann spielt sie mich. Und dann wechseln wir einfach. Ich habe gerade das Spiel erst angefangen. Ich habe auch so... Acht mal! Ja, Chad, so war das früher, ne? Ohne Lauf und Wasser. Ich kenne mich aus. Ich habe zwei Tage so gelebt. Zehn Minuten drinnen schon ist das Grinding. Sie versucht sich halt wirklich damit zu motivieren. Sie macht halt wirklich daraus eine Game-Defication. Da stand der fünf, nicht acht. Ja, ich kenne es schon mal. Ja, ich kenne es schon mal. Useless Labor ist die Basis der spirituellen Entwicklung. Obedienz ist über die Fasten oder Prätenz. Indica nicht wusste, warum sie die Wasser aus dem Wetter brauchte, wenn es eine Pumpe neben der Tür gab, die es aus einem Heiligen Sprint genommen hat. Sie wusste nicht, warum trinken aus dem Wetter war. Es war ein Wetter, aber es war ein Wetter. Der Wetter war nur 15 Meter entfernt von Wetter. Es war nicht möglich, dass es keine andere Wasser gibt. Man hat es schon malzustellen. Man hat es ja auch noch nicht. Aber wenn man da nicht ansetzen, dann sagt man auf Epiphanie, sogar ein Niederm offert die Wasser der Heiligen Sprint hern darstellt, die ganze Flöge. Wenn das richtig conteúdo ist, ein paar Evaporatoren von der Masse die flöge von der Wetter ��가 die Föbel zwischen den Wetter. ein geiler beat sie ist echt lily aus harvey ist ja auch in kontakt mit dem teufel das ist die anzeige darum gehört nicht zum spiel das ist meine einblendung das sind gerade die bits bei 1470 bits zeige ich schwanz ich glaube der kuhn ist fertig ich verschwinde in den lörk jo tschau valeria ok was dankeschön für die 100 bits jetzt habe ich jetzt kid vergrault weil ich gesagt habe dass mir keiner das spiel hier schlecht reden soll das sieht aus wie eine acht kommt er jetzt nicht mehr chat und jonas gamer dankeschön für fünf monate er meint er geht in den lörk ja aber das war so ein so ein jahr auf meine auf meine das war ja eine reaktion auf mich von wegen ja dann gehe ich halt jetzt in den lörk vielleicht hat er das ich weiß nicht wie er das gesagt hat ob er es so gesagt hat im kopf dann gehe ich jetzt in den lörk oder ob er gesagt hat ja dann gehe ich halt jetzt in den lörk oh mein gott oder sowas hier er ist doch noch da okay er hasst mich nicht glaube ich hey deathstroke es geht ab glaubst du ja ich glaube wir haben es gleich gleich level ab starke erste nachricht im chat hast du auch vorhin im youtube-chat geschrieben war auch stark bin höchst kreativ ja finde ich auch alle so hey was geht jo leute und du jetzt so mit so einem uga buga ja ich glaube auch so ein starkes intro hat er noch niemand gehabt was für ein timeout roulette ist ob wir jetzt deswegen timeouten würden wenn jemand uga buga schreibt klopo ist richtig wütend jetzt da vom pc so letzte einmal nein vor drei jahren hätte ich das auch nicht gemacht scharf gehabt dankeschön für 13 monate no way sisters won't eat after her mother the sign of the cross save from the place glory smaragda don't tempt me i'm sending evdekiyah to you don't let this one into the refactory okay okay also vielleicht haben die ja wirklich gecheckt dass sie irgendwie besessen ist oder so und das ist deren art damit umzugehen sie irgendwie zu beschäftigen ich will give thee no kiss akin to judas but as an outlaw shall i confess thee remember me o lord in thy kingdom may my communion of thy immaculate mysteries o lord not be judged or condemned but heal the body and soul and blood of our lord and god and savior jesus christ die ja was macht der teufel mit ihr es ist wild wie einfach in keinen trailern man irgendwas davon gesehen hatte oder habe ich die irgendwie in den trailer übersehen viele jahre hast du mit ihnen geduld gehabt hast sie gewarnt durch deinen geist doch sie hörten nicht da gabst du sie an die hand der völker der länder nehemian 39 level neu starten streichhölzer apfel ah hier nacktheitsfilter wir sehen titten chat in dem game wir sehen nacktheitsdates nie Indika had not been blessed to leave for a full year. When she was tasked with delivering the letter, it took her completely by surprise. Even though she did not know the contents of that letter, she could not shake the feeling that it would play an extremely important, perhaps critical, role in her life. What's in there? That's the devil who told her, I think. Dimitri, what have you looked at? What's in it? What's in it? What's in it? Pflicht, überbringe den Brief für Pater Hermann ins Kloster Danilo. Sollen wir Fruste spielen, Chad, für die Immersion? What's in it? Oh, ich kann rennen. Nice. Junge. Wie weit. Das ist der Schulweg von meinem Vater damals gewesen. Der ist mal mein Vater mit ein paar Freunden fast verreckt. Also deren Schulweg halt sah wirklich so aus. Und die mussten auch so durch so ein Waldstück durchgehen. Und die sind irgendwie mal, ähm, abends, ähm, von der Schule nach Hause gegangen. Die sind nämlich später als, äh, gewollt nach Hause gegangen. Und dann gab's abends ein richtig krasses, äh, so ein richtig krasses, so ein richtig krasses Schneegewitter. Dass sie richtig Probleme hatten durchzukommen. Und, äh, eine von denen ist sogar auch umgekippt und die mussten sie tragen. Und dann haben sie sie irgendwie durch diesen scheiß Wald, durch diesen ganzen Schneesturm sich irgendwie durchgekämpft. For real, ja. Mein Vater war da irgendwie 15 oder so. Und schreien. Der OSD klingt wie aus einem, äh, Indie-Metroidvania. Ja, generell, die ganze Musik ist gerade irgendwie sehr, sehr weird. Also ich bin sehr gespannt, was das hier, was hier gekocht wird. Also ich denke mal, es hat schon einen Sinn, dass das alles so, unstimmig ist. Ich denke mal, es hat schon einen Sinn. Was ist soziale Experiment? Für die Gebet der Gebet der all den Säten, Herr Jesus Christ, unser Gott, haben Sie an uns. Tisha? Ich muss auf den anderen Seite gehen. Georgi, Pirate, be kurtz Union. The animals feel the unholiness. They're just happy to see me. Tisha, I'm sorry. The animals feel the unholiness. I brought you some apples. Orlovka, your favourite. Tisha, I must hurry to the train. Tisha, what have you done? The steps are all wet. You slip and fall again. Don't worry, Tishon, I understand. Forgive me for the grace's sake. She duldet everything, yes. Actually, I want to go with it. I don't know. I could say, God rest your... Okay. Huuu. Huuu. ... ... ... ... Jetzt weiß ich, dass Nonnen nicht schwimmen können. Das wusste ich vorher nicht. Ja, ich komm da nicht ran. Und wenn ich halt den Schalter drücke, das Ding ist halt direkt weg. Ja, ich such gerade irgendwie was zum Werfen, ein Seil oder so vielleicht. Ich muss schon sagen, einzigartig ist das Game auf jeden Fall. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das hier ein Shitpost ist. Oder ob wir hier wirklich einen Legend Game haben. Also ich bin sehr, ich bin auf jeden Fall sehr interessiert, sagen wir es so. Okay, ich komme auch nicht wieder zurück. Dein Boot war ein Seil? Ah, da, meinst du hier. Kann aber nichts mitmachen. Wäre ein hochqualitativer Shitpost, ja. Wäre ein hochqualitativer Shitpost, ja. Du, das ist so schnell weg. Ich glaube, als Kid meinte, dass er hoffte, ich habe Backup-Spiel dabei. Er wusste, dass ich hier nicht weiterkomme. Oh. Ich dachte, ja, der wird hier so stuck sein. Der wird da brechen. Und Juli, Dankeschön für 37 Monate. Junge, die Schweine. Hä, hier ist nichts. Ich kann mit nichts interagieren. Ich kann auch nichts außer springen. Ich kann nicht irgendwie springen oder so. Die Axt oder so kann ich auch nicht mitnehmen. Hier ist halt gar nichts. Da kann ich auch nicht weitergehen. Ich kann hier nicht hochgehen. Sie rutscht immer wieder runter. Dahinter kann ich nicht? Dahinter kann ich nicht? Kann ich nicht. Hä? Was hast du denn im Inventar? Streichhölzer. Indika hatte diese Streichholzschachtel von der Ikonenmalerin Martha erbeten, die zur Ankunft des Metropoliten Hilarion dekoriert hatte. Als Mutter Varvara das Geschenk im letzten Moment ablehnte, ging es an Indika. Das haben wir schon gelesen. Das ist der Brief. Und ein Apfel. Orlovka. Die Lieblingssorte von Tichon, dem Fährmann. Ehrlich gesagt sind diese Äpfel nicht besonders lecker. Tatsächlich sind sie oft unsäglich sauer. Aber viele Freuden hat es Kloster nicht zu bieten. Wollen wir nochmal zurück. Oh, es bleibt stecken auf dem Rückweg. Was? 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 Ja, wie wir zurückkommen, weiß ich noch nicht. Aber das ist erstmal egal. Okay. Hahaha. Sick. Ich finde cool sowas. Ich mag das. Und I forgore. Dankeschön. Vier Monate. Ich habe noch mal ein Eck engelaufen. Dann gibt es noch ein Lecker. Du hast dich auch etwas tun. Du hast dich. Du hast dich nicht mehr gehört. Du hast dich. Das ist nicht wirklich eine Virtue, ist es? Ah, hier vielleicht. Ob mein Vater auch so einen Schulweg hat? Ob wir auch hier so lang mussten? Bimow Reduction für zwei Monate. Und jetzt Freefall Tower nach unten. Es war so, als ob die Königin nicht wollte, sie zu gehen. Auch wenn sie wusste, dass sie keinem Platz näher zu Gott sei, hat sie gewöhnt, dass sie es zumindest in einer kurzen Zeit verlassen hat. Nicht wahr! Ich denke, deep inside, sie hat ihre Monastik cell. Smeragda's tasteless cabbage... No, I have come under. ...that even incense could not cover. Half of the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she surely didn't go out of her way to use that skill. Just like her personal hygiene, always at lunch, she would carefully clean the devil's work from her dentures with her finger. Indica hated endless prayers that would repeat it so much they lost their original meaning. Hated to smile at Sister Martha's toothless jokes. Hated the fuming candles, the rotting potatoes, the never-ending advice and lectures, the humility, the fear of God, signing the cross over her mouth after every dawn, before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the refectory, praying before entering her cell, before going to sleep, before having a meal, repenting what she had thought... Ja, sie hasst einfach alles! Like the man who fell among thieves and was wounded, so have I also fallen through my sins, and my soul is wounded. To whom shall I flee for healing, if not to thee, the compassionate Samaritan? Pour on me, O Christ, thy great mercy. As of old thou dost raise up the paralytic, O Lord God, by thy godlike care and might raise up my soul, which is palsied by diverse sins and transgressions, and by unsehnlich deeds and acts, that saved only cry out. Glory to thy power, O compassion of Christ. Because of thy boundless mercy... ...the personal hygiene always... Sobald ich aufhöre zu bete, bin ich wieder in der Hölle. ...with her finger. I hate it! When I have been an unseen grace, for who can tell of thy mighty works, O Christ, or who can number the multitude of thy wonders, I have recklessly forgotten thy glory, O Father, and among sinners, I have scattered the riches which thou gavest me, as a disciple of the Lord, O just one, that has received the gospel. ...the God, signing the cross over her mouth, after every yawn, before entering the temple, after crying, after leaving the temple, after entering the... after entering the... praying before entering her cell, before going to sleep, before having a meal, repenting what she had thought or heard, listening to the depressing sisters' choir, the dissonant change ringing, signing the cross, fasting, apologizing, pretending to be interested in the lives of the saints, apologizing, repenting, praying, apologizing, endless oaths, ...the black... ...for as thou and thy deep wisdom hast thou had compassion on us, so also in these latter days hast thou made us anew by thy bloodshedding. And now I cry to thee as the protocol I have sinned before thee, O merciful Father. Receive me, O penitent, and make me as one of thy... ...Coverer. Half of the sisters couldn't even read. Even if the abbess was literate, she surely didn't go out of her way to use that skill. Just like her... ...as a disciple of the Lord, O just one, and thou hast received the cross, and thou hast received the cross, as a water. Thou art never turned away as the Father of God. Thou hast boldness, as a hierarch, thou canst intercede. Do thou intercede with Christ God, that he may save ourselves? Because of thy boundless mercy and compassion, I dare to approach thee, O Christ. Receive me... Oh, he's checked. ...as always wasted with evil, and is barren of good deeds. ...the humility, the fear of God, signing the cross over her mouth after every yawn. I am recklessly forgotten, thy glory, O Father, and among sinners, I have scattered the riches which thou gavest me. As of all, thou didst raise up the paralytic, O Lord God. By thy godlike care and might, raise up my soul, which is palsy, by diverse sins and transgressions, and by un-sins... ...that saved her may cry out. O Lord God, 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 that you're in thy deep wisdom, and thou is, apologizing, crying, apologizing, apologizing, apologizing... Boah, the devil, the indica hated smaragdegas tasteless cabbage soup, the smell of rotten old women, that even incense could not cover. Der Teufel greift meine Capture-Card an. Der Teufel! Essel meine Pizetel! Okay, wir sind durch. Verschwende nicht deine Zeit mit Sammeln von Punkten. Es ist sinnlos. Loading-Screen-Tipps? Okay. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Teufel ist oder einfach wirklich ihre normalen Gedanken sind. Weil die wird ja schon hier extrem mies behandelt. Und das sind halt einfach quasi ihre sündhaften Gedanken. Die hasst einfach eigentlich jeden einzelnen von denen. Und hasst das komplette Leben dort. Ja, ich glaube, die Loading-Screen-Tipps sind auch der Teufel. Ich kann den Move machen, Chat. Jeder Einzelhandelsverkäufer, to be honest. Es ist gut. Ich weiß nicht, ich mach mich. Ja, ich bin Glück. Junge, die Brille. Ich bin nicht so ein lausiger Schütze, okay? Mein Aim ist nicht so schlecht. Oh nein, Dominik. Vor 20 Minuten. Dominik. Ich bin nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Ja. Entschuldigung, ich kann helfen, wenn Sie mich... Nein, ich glaube, es kann helfen. Globalness hat entschieden, zu hören zu der Visitation eine letzte Mal. Also, lass ihn hören. Don't interrupt. Entschuldigung, was ist hier passiert? Oh. Haben Sie die Glocke über eine Crowbar und eine Träne Toilette? Also, es gab einen Tränen mit ein paar Konflikten. Sie springen zwischen zwei Fahrzeugen, während der Träne ging. Sie versucht, einen Weg zu planen, ich glaube. Wie viele die totale? Sie haben nicht so weitgefunden. Sie haben keine Fugitives. Sie wurden schossen. Sie wurden schritten. Sie wurden schritten. Natürlich. Wir müssen oft. Sie haben sich mit uns nach der Station. Sie sind da drin. Sie sind da drin. Yeah, we're on. Time to say goodbye. Ja, ist wohl irgendwie von oben runtergekracht, wa? Ah, da oben sind sie. Von weg sind sie. Tschööööö. Wir sehen uns oben. Ja, der Mann wollte halt noch seinen Lieblingssong das letzte Mal hören. Ein bisschen Morphium reinballern, damit er ein bisschen länger wach ist. Kann man die Sounds nicht leise stellen? Die sind auch proportional laut. Da war gerade ein riesiger Zug, der abgestürzt ist. Der ist halt sehr laut. Manche Dinge müssen halt laut sein. Oder meinst du, overall, das ganze Game ist lauter? Zu laut. Und ich bin zu leise. Aber ich glaube, das sollte gehen. Was ein Drecksloch. Der Tag des jüngsten Gerichts. Indica hat viele Bilder gesehen, die zeigen, was Sünder in der Hölle erwartet. Doch sie erinnert sich an keines. Das zeigt, was die Gerechten im Himmel treiben. True, ne? Es gibt immer nur Bilder und Erzählungen von der Hölle. Die wollen uns Angst machen, die da oben. Ist das Haus auf dem Kopf? Das Haus ist auf dem Kopf. Ui. Kann jemand die Treppen ausklappen? Ne, okay. Ich kann gehen. Achso, Moment. Die Treppen kann man nicht ausklappen. Das ist ja die Rückseite der Treppen. Jo, okay. Wow, wow. Junge, wie schnell die ist. Wir sind tiefer gestürzt. Ja, ich habe den Safe dahinten durchgeschoben und dann ist das Haus nach vorne gekippt. Denke ich. Das war gerade das... Jetzt wird er nach hinten gekippt. Also der Safe scheint wohl so schwer zu sein, dass das ganze Gebäude hin und her kippt, wenn man den Safe verschiebt. Aber nicht schwer genug für sie, dass sie damit einfach so rumlaufen kann, als wäre es ein Einkaufswagen, Digga. Tja, ich muss da irgendwie hoch, ne? Oh, da siehst du halt wirklich einfach nur ultra stark. Okay, jetzt schaue ich das wieder laut. Wir brauchen irgendwie Gegengewicht, I guess. Vielleicht kann Keggy die gesammelte Kacke der letzten Tage in die andere Ecke legen, um das gegen... Ich habe die Kacke... Ich habe ganz normal abgespült, halt nur mit eigenem Wasser. Wie machen wir das jetzt, Chat? Gibt es da unten noch irgendwas zum Schieben? Als Gegengewicht? Da, das hier. Jetzt kann ich nicht schieben. Moment. Das laute Geräusch ist wahrscheinlich der Klavier, der da unten gegendonnert. Das Klavier. Das ist das laute, Chat. Nicht das Haus an sich. Das ergibt Sinn. Klaviere sind sehr laut. Wieso habe ich diesmal ein Achievement bekommen? Da ist ein Rechenschieber. Ja gut, das hat mir jetzt nichts gebracht. Ich dachte vielleicht... Kann ich mit dem Klavier was machen? Kann ich denn irgendwie festnageln, dass er nicht rutscht? Oh mein Gott! Leute! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Aber die Rätsel sind nice, vor allem der Bait, ne? Der Bait mit dem oben, das hier angezeigt wird. Yo, hier geht's hoch, ne? Und du denkst, ja, also simpel, ne? Ich bewege jetzt einfach den Safe dahinter und klettere ich hoch. Und dann bist du die ganze Zeit so gefokust auf diese Stelle da oben. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Aber eigentlich will das Spiel von dir, dass du ganz, ganz woanders gehst. Das ist ein nicer Bait. Deshalb schief mir das für Klavier fünfmal gegen die Wand klatschen, glaube ich. Teuflisch. Die Junge, die läuft da einfach rüber, ist ja gar nichts. Da kommt auch jetzt kein Minigame. Für Ballons halten. Ballons! 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 Ich glaube, er war liebt. Nein. Muss sein Vater auch drüber laufen? Junge, wie steht denn dieses Haus da? Wer baut denn so Häuser? Wer ist der gerade eigentlich die ganze Zeit am Schießen? Sind wir hier im Kriech oder was? Oder sind die am Jagen? Johnnys Freundin hat die Minecraft-Hauszug gebaut. Ja, aber ich will overleveln. Ich will am Ende Teufel one-hitten. Also, das ist hier alles so gebirgig. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, aber ich weiß nicht, gab es hier mal irgendwie ein krasses Erdbeben oder so. Dass alles hier so verschoben ist und irgendwie, ja, komplett durcheinander. Weil keiner hatte die Häuser, denke ich mal, so weird gebaut. Als ob es irgendwie ein Erdbeben gegeben hätte. Paraskeva Freitag. Pavel Sergejevic Indikas Vater nannte Paraskeva eine Heilige für Mädchen. Vielleicht viele junge Frauen mit der Ikone die Zukunft in Erfahrung bringen wollen und sagen, Paraskeva, Paraskeva, zeig mir den Mann, den ich liebe, für immer. Möge der Herr gnädig sein. Okay. Paraskeva, Paraskeva, zeig mir den Mann, den ich liebe. Oder so. Vielleicht Post-Apokalypse und wir checken es in der Story noch nicht. Die Statue sieht aus wie Annemaries Freund. Moment. Wer ist Annemarie? Lil Bro droppt jetzt einfach irgendwas aus seinem Freundeskreis. Ach, aus Sommerhaus der Stars. Was? Der Tim. Tim. Junge, ich dachte, wo kommt das denn auf einmal her? War gegen Annemarie. Ein kleines Beuschen, Leute. Der Hass vergeht nie. Ein bisschen den Kriegsgeräuschen im Hintergrund lauschen. Das ist immer was Schönes. So im Hintergrund, ganz weit im Hintergrund, ganz dumpf entfernt, Menschen sterben zu hören. Das ist auch ein Vibe, ne? Hab YouTube-Idee, Kriegs-Ace-Ma. Stark. Okay, Herr Psychopath. Ja, Mann. Sadie, du Psychopath. Da ist einer mit Gewehr. Und Joko, hi. Was geht ab? Der knallt mich gleich ab, oder? Okay, so weit in der Vergangenheit sind wir nicht. Es gibt ja sogar Stromleitungen. Okay, gut, wir haben gerade einen Zug gesehen. Wir haben gerade einen fucking Zug gesehen. Spielzeug. Was auch immer. Kann ich nicht mitnehmen? Keine Erfahrungspunkte? Moment, 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 Chat. Der ist ja selbst ein Huhn, okay? Ich dachte, das ist ein Typ, der einen Huhn auf dem Schoß hat. Der hat aber selber ja einen Huhn. Ja, das ist sein Sohn einfach. Herr Huhn und... Huhn Junior. Ich bin eine Barmherzige. Ich bin eine Nette. Ich bin eine Nonne. Ich komme in Frieden. Ich komme, um für die Verstorbenen zu beten. Herr Heller will! Stop! Ghosting your nerve, huh? Can you stop me? Since when do you obey me? Worry. Fear is a natural reaction. Life saving in most cases. What is your goal? Wir helfen. Ich habe den Teufel auf meiner Seite. Devil Deal, Brimstone. Du hast die Chance in einem Zeitpunkt wie dieser. Wie hoch ist es? Sie hört auf sie. Sie fühlt sich nicht aus, sich in der Mitte eines Aktien zu verabschieden. Was? Was? Habt ihr die Größe von dieser Sache gesehen? Vielleicht wollt ihr sie mit uns. Mal meine Erfahrungspunkte! Nicht schlecht. Ich habe nicht genug, du MOTHERFUCKER. Ich habe es wieder raus. Bisschen. Bisschen. Messen. Konnte man vorhin seinen Pimmel sehen, Chat? Weil der Teufel über den Pimmel gesprochen hat? Der Filter ist aus, ja. Da sind Otter auf dem Screen. Junge. Redet einfach, als er sich seit drei Monaten nicht gestreamt. Das waren nur ein paar Tage. Aber da gibt's schon der Rest für drei Leute. Stopp yelling! Du hast mich geschehen und ich habe jemanden auch geschehen. Oh Gott, ein bisschen mehr. Und sie könnte... Oh Gott, ich habe mich geschehen für uns. Du hast es nicht gesehen. Sie hat weggekommen. Hey, well, I don't know how much, but if it weren't for me... I can't deliver a sinister... Sorry, what is your name? Ilya. Indica. You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention, their chance of survival is halved. Crazy thing to say, to be honest. It makes no sense to generalise like that. No idea where to take it or where it came from. Diaries I can't drive it personally. Tschüssi,景 sapien,ouse穩wer du nicht beschwmännisologisch geklungen? Der fährt ja Fahrrad! Der fährt ja Fahrrad! Es geht darum. 24 meint, am lieben ... Master Augenblick! watching your fireman cutting step first. We're here. The murderer! Wie? Hey! Du... Du hast deine Fe workspace. Du... Du hast deine F– Was ist diese Musik, Junge? Der ist wahrscheinlich einer der Sträflinge, die in meinem Zug eigentlich gefangen saßen. Der mit der Brille trifft eh nix. Irgendwas repariert er jetzt das Fahrrad oder was? Dreht in die Pedalen! Achso, er wollte herausfinden, wie man fährt. Das ist ein automatisches Ding! Oh! Also, ein Fahrzeug, ein Motorrad. Oh, darf ich das jetzt fahren? E-Bike! Geht's! 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 Okay Junge, der rennt! Eyes on the road. He won't shoot me. Wieso sieht sie das? Stormtrooper Aim. Ja, der hat so eine krasse Brille. Der ist einfach fast blind, man. Ja, das war auch Teil des Schulweges von meinem Vater. Der hat ihn getroffen. Ich glaube, der Bruder ist weg. Ja, ich glaube, wir haben den Bruder verloren. Du kannst mir nicht sagen, dass das nicht eine Comedy geworden ist. Ich weiß auch nicht. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Und hey, Jakob, vor 20 Minuten. Was geht ab? Ich bin im YouTube-Chat wieder top aktuell. Nee, er lebt noch. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Und hier ist es weg. Uh. Let's go Smarty. Du Nerven, warum schmeißt du sie weg? Sie ist eine Nonne, sie wird niemanden töten Ja, bedrohend ist auch Sünde Hey Sind du verletzt? Ne, dem geht's top Er ist super gesund gerade Braucht nur ein Schläfchen Das ist Russland Wohl irgendwie im ersten Weltkrieg oder so What are you doing with that? What is that? Oh my god I'm done, I'm done Whatever you say Get up More fuel No, 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 you don't need that Let's go Come on, no, 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 no Come on, no, no, we'll do this Anbild limits Okay, let's go! Yo! Why are you rushing so much? Sorry, we're doing no more than five verse an hour though. Yo! How do you understand it, huh? Is he talking about the word verse or how to start an engine? I grew up in a bike shop. My father sold them. In Spasov. Why in Spasov? No, in Gorodishi. I've never been to Spasov. That's where I grew up. The man's logic is flawless. Are you embarrassed to be so close to a man? She's been waiting for that. He's quite a looker, huh? Thick boy. I must smell awful. They kept us in the train for three days. Oh, don't worry. She likes it. Oh! Pardon. Come on, come on. Grab her Tipps. Hey! Stopp pretending. He's just like the man you imagine in your room, when you... Enough! Hey! Calm down. Okay, is he a bandit? Or a bitch? Why don't you say it? For God's sake. Huh? She's just the first time on the narrator's reaction. Or is it before me not so as you thought? Oh, that's not so good. Okay. The devil tries to make it horny. Wait. Oh, that's not too bad. Oh, that's not so bad. Oh, that's not too bad. Indica, komm, schau, was wir heute reinbekommen haben. Oh, darf ich? Ganz ruhig. Hast du dafür nicht etwas zu viel getrunken? Komm schon, wenn du gewinnst, darfst du eines behalten. Wie funktioniert das? R2-Taste. Gas, linker Stick, Steuerung. So kann man auch Flashbacks darstellen. Wo ist der Vorder eigentlich? Ist der so langsam? Ich glaube, der ist irgendwo reingekracht. Der war doch besoffen. Der ist ein Shortcut, Leute. Doch nicht. Kommt her. Ha, das darf doch nicht wahr sein. Los, eine dritte Runde. Junge, der hat Nitro aktiviert. Ja, okay. Okay, der ist tot. Vater, ich lebe. So, mir geht's gut. Na, verdammt. Mein Liebes, hol mir aus der Werkstatt den 9er und den 13er Schraubenschlüssel und einen Hammer. Ich mein, so wird es auch alles. Es ist auch irgendwo irgendwie interessant, oder? Und Darkon, 3D. Dankeschön, für 9 Monate habe ich vorhin übersehen. Dankeschön. Wow, ist das deins? Ja, das ist meins. Wer bist du? Ich bin Mirko und dein Rad ist doof. Doof? Aber das ist das erste Mal, dass du so etwas siehst. Das Ding es schafft noch nicht mal 10. Wärst. 10? Es hat einen 4 Liter Kessel, also eher 50. Ja, sicher. Es ist Schrott. Lass mich mal fahren. Nein. Hast du da eine Ahnung, was das kostet? Hab keine Angst. Ich passe schon auf nur eine Runde. Er überfährt deinen Vater. Also, kann ich jetzt laufen? Nee. Er kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, er hat es geklaut. Sie hat ja für 5 Minuten ein Fahrrad gehabt. Oh nein. Mirko, die miese Sau. Sie ist einfach auf den, kann ich mir kurz für 5 Minuten Ausleihen-Trick reingefallen. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Lukas, 1532. 30 Punkte noch, dann hab ich Level ab. Hey, wie dick ist sie eigentlich, ist der drunter angezogen? Sie sieht halt gar nicht so dick bekleidet aus. Hey. Bist du alles gut? Darf ich kurz deinen Streaming-Key ausleihen? Passt gut darauf ab. Ja, ich schick die später. Nee, aber. Zombie. Fuß ab. Bek mit dir, Mom. Ich spreche mit dir, Mom. Ich spreche mit dem Teufel. Ist auch ganz nett. Du musst aufstehen, wenn du nicht etwas anderes verlieren möchtest. Was heißt das, du sprichst zu Gott? Oh, mein Gott. Oh, mein Arm. Du hast mir gesehen, mein Arm. Ja? Es hat mir ein Woche. Oder mehr. Ich doubt es. Und was hat Gott mit dir gemacht? Aber warum schreitst du auf einmal so? Aber warum schreitst du auf einmal so? Aber warum schreitst du auf einmal so? Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan. Do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. But remember the gospel? The father who gave his money to the prodigal son, not the beloved one, the good one, but to the bandit, he who had been murdering and stealing, but came back. He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see, to see one repentant sinner than, well, a hundred thousand righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? You know, he, he laid everything out before me, spread out like a deck of cards, the past, the present, the future. Who? God, who else? Trig? I was lying there, about to die. And a sister, just like you, bought me some water in this mug, and I was drinking, and I saw, I saw ripples in the water, little round waves, and heard a whisper, so I drank, and... You heard God in a cup? In a cup, yes. But that's, that's not the point. I'll show you when we get there. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. The station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of hours. I won't be able to drag you around with no steam. Maybe we should go around. And another, an officer? Who cares? Now the telegraph poles. The cables are ripped out, though. And the road. Trick. It doesn't look like it's been used lately. Die sind nicht schizophren. Der eine redet mit Gott, die andere redet mit dem Teufel. Der eine redet mit dem Teufel, der eine redet mit dem Teufel, der eine redet mit dem Teufel. Der eine redet mit dem Teufel, der eine redet mit dem Teufel. Digga. It won't fucking budge. Is that, that's how the bike here doesn't fit. A little bit of a lift. A little bit of a lift. Maybe there's something in that shed. Boah, jetzt ist es wieder lauter. Frau, schau nicht so rum jetzt hier. Ah. Wir haben den nächsten Spot gefunden, Leute. Äh, wir sind nicht im Kloster, weil wir einen Brief wegbringen sollen. So, bei den Bildern wird mir auch ein bisschen kalt irgendwie. Wow, Bubliki. Aber die sind alle vergammelt. Ja, der gab 17 saftige Punkte. Das Leben des Gotteslieblings Bartholomeos. Alter, ist der aus One Piece, ne? Der heilige Bartholomeos war ein Einsiedler von solcher Milde und Frömmigkeit, dass selbst wilde Tiere ihn nicht scheuten. Er fütterte Vögel, Eichhörnchen und Schlangen. Selbst ein Bär besuchte ihn von Zeit zu Zeit, um von Bartholomeos Erdbeerkonfitüre zu naschen. Einmal kam es zwischen ihm und dem Bären zum Streit, denn sie nicht mit Worten lösen konnten. Wütend schlug Bartholomeos mit der Axt nach dem Bären. Aber er sah, was er getan hatte. Fiel Bartholomeos zu Boden, wälzte sich in seinen Tränen und bat Gott und den Bären um Vergebung. Dead. Oh, Level Up! Wir sind Level 9, Chad. Alter. Geil, aber keinen neuen Skill oder so bekommen. Oh, nein, Intro. Äh, ohne Intro. Dankeschön. Für fünf Monate. Hi. Wo ist der Sack vom Dschild Moroz? Sazan. Sazan. Was ist Sazan? Was ist, was bedeutet Sazan? Was ist Sazan? Imagine, Russisch lesen können, aber nicht verstehen. Vielleicht gibt es denn einen Fisch, der so heißt. mir fällt ist ich habe tatsächlich keine ahnung von russischen fisch namen diese publik einfach nur karpfen kein werkzeug oder so entweder ich übersehe irgendwas oder wir haben noch einen anderen shop wo wir gehen gehen können das ist einfach hier nur so ein bonusraum gewesen für extra loot captain igloo sollte regenbogen fischstäbchen für kids rausbringen nein mann dino fischstäbchen so jetzt schrei doch nicht so das ist der raum kurz bevor man gegen gael kämpft das leben des heiligen johannes eines tages fiel der ehrwürdige johannes in eine grube er war gottfürchtiger und frommer mönch also blieb er demütig in der grube am dritten tag zweifelte er hatte er aus freiheit die prüfung des herrn mit diesem willen verwechselt sollte er am boden der gruben in seinem eigenen unrat sitzen oder aus der dunkelheit ins licht steigen johannes begann zu gott zu beten gab johannes sofort ein zeichen ein fichten zweig neigte sich in die grube hinab johannes ergriff den zweig und entstieg dem loch nachdem er begriff dass er in einer anmaßung von dämonen versucht worden war weinte johannes ängstlich sprang er zurück in die grube und flehte um vergebung gott vergab johannes und beschenkte ihn mit vielerlei geistigen gaben die zeit bevor es amazon gab ne ich hätte auch die leiter können sie gerade einfach resident evil village er komme nicht rein Hier kommen wir auch nicht rein Aber mit der Leiter Vielleicht kann man da übers Dach rein Oder so Ist da oben ein Loch Aha Ich habe den Geruch Ach so, Werkstatt wegen ihrem Vater Indica konnte einen 5er und einen 40er Schraubenschlüssel mühelos unterscheiden Dieser hier war irgendwas dazwischen Junge Ein 5er und ein 40er, da ist aber auch schon sehr viel dazwischen Der eine ist sehr klein Und der andere ist riesig Dass sie das unterscheiden Kannst du schon sehr klein und ganz groß Not bad von ihr also Fragment einer Club Ikone Oh Herr, reinige uns von unseren Sünden Oh Sohn Gottes Vergib uns unser Frevel Oh Heiliger Geist Komm zu uns und heile uns von unseren Gebrechen Oh Chad Frevel Wird fast genauso geschrieben Wie Level Je höher wir leveln Desto mehr Frevel Das ist es Hier ist sogar ein Fahrrad Das ist eine Fahrradwerkstatt Hey Johannes So Ich habe einen Rennsch Gib ihn zu mir Ich sehe Dankeschön für 8 Monate Vorhin Ganz übersehen 10 Monate Dankeschön Ja, die Geräusche durch den Schnee sind nice Halbe Ace immer Odin Dankeschön für 21 Monate Gibt es Leute, die dieses Geräusch ekelhaft finden und Gänsehaut dabei bekommen? Ace MR Hab dich Ja, das Schneegeräusch Das hier Das lieben doch alle, oder? Das ist einfach kein Mensch Jetzt drauf treten Yeah Lord have mercy Just a dog Calm down Was war das für ein Hund? Hurry up Der klang nach einem sehr tiefen Hund Das ist ein sehr großer Hund Quiet, quiet, little doggy We won't hurt you Das ist ja wirklich Resident Evil Village Gut jetzt you know, I would have already fucked you up with my bare hands Es gab solche Hundemonster wirklich? Wie hießen die? Hundemonster? Warum hast du den Revolver abgeholt? Wäre es sinnvoll gewesen. Wölfe heißen die. Bär. Ich würde nie. Bärwolf. Sag mir was. Wenn du dich bist, bist du den Geist. Warum hat Gott dich nicht komplett heilt? Das ist eine gute Frage. Hier ist deine Antwort. Hier. Hier. Hört sich eins zu eins wie Terraria an. Der Wolf oder was? Oder der Bär? Oder was auch immer das ist? Ein Hundemonster. 20. März. Tempel des Johannes von Damaskus. Spasov. Die einzige vernünftige Heilung für Unfruchtbarkeit, Trunkenheit, Untreue und andere körperliche Gebrechen sowie Leiden der Seele. Ist das unser Tempel? Das ist ein Vieh. ein Varkolak-Alpha. Varkolak-Alpha. Gab es die wirklich? Die Kudiert. Ja. Kudiert. Come on. Ich verstehe nicht. Also Gott hatte genug Macht, nur um das Rötchen zu stoppen. Ihre Hand blutet. Aber um dich komplett heilen, braucht er einiges Werk. Reibt sie sich die Kette so sehr an die Hand? Es hat nichts zu tun mit meinem Arm. Es geht um den Weg. Den Weg, den wir gebt haben. Und ob sie sie folgen oder nicht. Es geht um uns. Was muss ich damit machen? Also, die Kudiert-Werbeer sind zu den Kudiertern gekommen. Jeder ist. Ich sehe dich, die Kudiert-Werbeer sind. Nein, nicht du. Okay, lass uns hier rauskommen. Deshalb, wo sie dahin gebracht. Sie ist nämlich eine Besessene. Ich holst dich ab. Ja, du. Du kannst mich nicht abziehen, um mich abzuziehen. Buleat! Buleat! Habt ihr nicht übersetzt? Er sagt einfach Buleat. Ich weiß nicht, ob man das... Elia? Geh! 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 Da, seh'n ihr, Chet? Ja. What's going on? Die Handfläche... Die Hand-Innenfläche ist komplett blutig. Come on! Fucking... Please, shit! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Wieso läuft's doch rot? Sonnen-Tacke? Jo, wie groß das denn geht. Of course, it wasn't a coincidence. And now, Indica realized it too. She had heard about the cadets and its miracles. But right now... Ah, hier hab ich das. Wir sehen Rosenkranz. Wenn Indicas Leben glänzlich unerträglich wird, packt sie das Kreuz an ihrem Rosenkranz so fest, dass ihr das Blut über die Hand rinnt. Nur so kann sie die hasserfüllte Stimme des Teufels ausblenden. Oh. Die hat auch vorhin, wenn man betet, als wir vorhin gebetet haben, als die Hölle sich so geöffnet hatte, dann hat die Faust auch die ganze Zeit so gehalten. Nach oben. Da hat sie wahrscheinlich wirklich das Ding sich in die Hand gerammt, Alter. In Spasov and Ilya. Meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? No. One way or another. There was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov monastery. The letter. I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Äh, wenn ich bete außerhalb der Hölle, dann machst du nur den hier. Reading someone else's letter, it's a greater sin than not delivering it. Greater? Dann machst du nur den hier. How much greater? Twice as much, I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins. And since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is ten times worse than not delivering a letter. What about... Oh, you're kidding. Okay, jetzt sind wir schon beim Mord. Let us put that but a thousand letters. That would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk... Ein Mengenrabatt. What about a rapist? Okay. A rapist is better than a murderer, right? You are not scared of the sin. You are scared of... Yo, Tron, danke schön für die zehn Subs. Vielen, vielen Dank, Tron. Kuss. Danke für den Support, man. Vielen, vielen Dank. Legende. Dankeschön, man. Vielen, vielen Dank. Das ist ja auch immer so eine Glaubensfrage, kann man schon sagen, Glaubensfrage oder so eine Sache, die halt ja auch immer so oft kritisiert, was heißt nicht kritisiert, aber in Frage gestellt wird. Junge, ich kann nicht reden. Weil in der Bibel heißt ja, jede Sünde ist halt gleich, ob du jetzt stielst, ob du jetzt lügst, ob du jetzt schlägst oder tötest, jede Sünde ist vor Gott gleich. Und das ist ja dann wiederum eher fragwürdig, weil dann kannst du ja wirklich theoretisch ja sagen, ja, jemanden zu töten ist ja genauso schlimm, wie wenn ich einmal lüge und wird ja eh verziehen von Gott. Also dann kann ich ja auch theoretisch kurz mal jemanden umbringen, weil ist ja vor Gott nicht so schlimm. Also nicht so schlimm, genauso schlimm wie eine Lüge zum Beispiel. Aber wie viele gelesene Briefe entsprechen, den letzten Pudding aus dem Kühlschrank zu essen. Das, das es gibt, ist ganz gefährlich. Das Schössentzug und kannst wählen, überfährst du den Vergewaltiger oder den Mörder. Das ist an dem Punkt egal, weil die Sünde ist gleich. Die Miese ist der Sünde verfallen, sie liest jetzt den Brief, die Miese. Aber jetzt bricht auch wieder die Hölle aus. Was hat sie gemacht, als wir bei diesem Fahrstuhl waren? Hat sie dort auch irgendwas gemacht, was eine Sünde war? Nee, ne? Ein Fahrstuhl gefurzt, okay. Das ist einfach so geschrieben. Hahaha. 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 De-frocked her? Wie hat das passiert? Hahaha. Hahaha. Even if Dekir wasn't after Tikhon had knocked her up. Aber du. Hahaha. Hahaha. Du hast dich aus dem Haus getrunken und dann aus dem Protest. Hahaha. 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 Und wenn, bei der Chance, du dich jemanden töten und in den Jälen gehen, dann wird dich aus dem Haus getrunken. Hahaha. For as thou in thy deep wisdom hast thou compassion on us, so also in these latter days hast thou made us anew by their bloodshedding. O ineffable und unbezogene Gräce, for who can tell of thy mighty works. O Christ, or who can number the multitude of their wonders. As a disciple of the Lord. Many options. Well done, Barbara. Hahaha. 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 You don't even have anything to say. The abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Hahaha. 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 Because of thy firmest mercy and compassion I dare to approach thee, O Christ. Receive me as that it's the public and the critical and the harlot. Hahaha. But you. Hahaha. First, you got pushed out of your house and then out of the monastery. Hahaha. And if. Can I on the fly? Wechseln. Hmm. Schade. Tsk. 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 A year? Sorry, she's not here anymore! DeFrox! So where is it? DeFrox! I have seriously forgotten my glory, O Father, and among sinners I have scattered the riches which thou give. For as thou, in thy deep wisdom, hast her compassion on me. You don't even have anything to say! The abbess knows you inside out, so everything turned out to be done. And how I have cried to thee as the prodigal, I have sinned before thee, O merciful Father. Receive me a penitent, and make me as one of thy hired servants. Even if the cure wasn't after Tihon had knocked her up, but you, haha, first... As a disciple of the Lord, O just one, thou hast received the gospel as a martyr, thou hast never turned away as the... Trauere keinen verlorenen Punkten nach, sie sind ohnehin wertlos. Where is the dog? Good question. I haven't heard it for a while. Listen, I'll help you get to Spasov. Sie, sie hat sich verliebt, Chad. Sie hat sich verliebt. She's in love. Ht, dankeschön, für drei, fünf, zwei Monate. Ht, dankeschön, für drei, fünf, zwei Monate. Indiena wurde verliebt, dass die Kudyets all ihre Probleme lösen werden. Dass bald die Hände in ihren Händen erscheinen. Und sie wird zurück in die Monastrie, als jemand, der zumindest Verlust, wenn nicht alle Liebe. Bitte gehen keine Heilanstalt, wir haben schon mal ein Spiel über die Heilanstalt zu dieser Zeit gespielt. Don't do it. I figured out what this place is. This is Denisovka. The paint factory. Martha told me about it. She's our iconographer. They make yellow paint in that shed. Where is it? Das Leben des heiligen Metropolitans. Sein neues, Digga, alter. Eins ergriff ein Dämonbesitz vom Haar des heiligen Metropolitans. Ist das nicht die Zeitschrift von Heidi Klum, wo man da immer draufkommt, wenn man Germans Next Topmodel gewinnt? Sein Haar begann sich unerwartet aufzustellen, wie das Reißig eines Besens. Während seiner Gottesdienste hob sich plötzlich Sinoists Mitra, sehr zum Schrecken der Gemeinde. Trotz aller Gebete ließ der Dämon nicht von ihm ab. Eines Tages stach Sinoists zwei Löcher in seine Mitra und band sie so fest an seinen Kopf, dass sich das Haar zu Beginn der Liturgie in seinen Schädel gerub, statt seine Mitra zu lüpfen. Von da an war Sinoists leise und wortkark und der Dämon musste sich einen neuen Wirt suchen. So erteilte Gott den Dämon eine Lektion. Digga, indem der seinen Hirnschaden davon getragen hat? Das war Cosmopolitan, ah scheiße. Es war keine Erdbeben, es war eine Explosion. Es wurden ein paar Bomben gedroppt. Wer spricht da? Ist das der Boy? Der draußen betet? Immer diese Amerikaner, diese Schweine. Mit ihren McDonalds. Schick. So, wo gehen wir jetzt? Städte! Da sollte eine Station hinter der Windmüll sein. Oh! Geht nicht mit mir. Entschuldigung! Warte, ich will nichts machen. Hold on, we'll think of something. Exactly what we need. Why are you standing around? How long can dogs stay underwater, huh? I don't know. I'd wait for a couple of hours, just to be sure. The stairs are broken. We'll have to go through the mill. How beautiful. We had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. He looked so life-like. What? He was like that. Didn't manage to finish the drawing of the daughter, though. Left her with just one eye. He got stabbed. Because of the stench? No. He was on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed. Because... Well, it's against the code. So where do we go now? The elevator. Elevator. Hello, my PC... So arsch is my PC, okay? Nennt my PC nicht arsch. My PC macht gute Arbeit. Here's the gearing. Planetary gear set. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. Kaputter Splint setzt man ihn in die Nut zwischen zwei mechanischen Teilen. Ein sorgt er für die Drehmomentübertragung. I see. It doesn't fucking work. Nothing works here right now. I guess we should look for an intact cotter. I see. Nein, ich habe nicht dein PC gerade mehr Arsch als mein PC genannt. Ich habe nur mein PC verteidigt, dass mein PC gar nicht so schlimm ist. Wie du ihn hier gerade darstellst. So, spammt jetzt alle Ärsche. Hat er gerade irgendwas Arschiges gesagt? Was hat er schon wieder getan? Nein! Was ist das hier für? Hier ist ein Splint. Aber Moment mal. Moment mal! Wie kommen die normalerweise hier hoch? Da sieht irgendwie auch keine kaputte Treppe. Ah, hier, okay. Ich muss schon sagen. Es ist ein Kotter. Eine Sicherung. Es breitet, wenn es ein Überfluss gibt. Um die wichtigsten Teilen des Fahrzeuges zu beschützen. Ich sehe. Es funktioniert. Es funktioniert. Das stimmt. Kann ich da hochklettern? das ist hier unten? Kling Klong 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 klin Radclong klong klong Geh runter! Geh runter! Das ist unser Ausdruck! Also, du sagst, das Planck zu gehen? Bist du Angst, das Minigame? Nein, nein. Ich hab dir gesagt, wir sollten hierher gehen. Hast du schon mal zum Circus gesehen? Ja, ja. Run! Wo ist er? Wo ist er? Oh mein Gott! So. Scheiße! Ich dachte, ich stell ihm das Ding davor, dann kommt er nicht mehr rein. So. Falle gestellt! Alter! Die Tür kriegst du nicht mehr auf! Ähm. Ähm. WAAA! 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 Also, das ist das Ding! Die Musik, Junge. Oh nein, Schatz, sie verliebt sich wirklich. Sie verliebt sich wirklich in ihn. Oh no! Sie töten ihn. Sie haben es nicht verdient. Spiegel ist sinnvoll. Es gibt keine Zähne in den Däumen. Nur Menschen können sie sinnvoll. Sie haben es nicht verdient, sondern sie verliebt sich in den Däumen. Und das Däumen hat es ihm. Sie hat es nicht verdient. Sie hat es nicht verdient. Sie hat es nicht verdient. Interessant. Also, was ist die Unterschiede zwischen einem Däumen und einem Däumen? Die Sache, die du für den Däumen schlägst, ist, ist, dass es zu einem Däumen passiert ist, als es zu einem Däumen ist. Sie fühlt sich an, wenn seine Zähne ist, wenn seine Zähne ist entfernt. Sie ist bereit, sich jemanden auszunehmen, wenn seine Zähne ist gefährdet. Sie fühlt sich an, wenn seine Zähne ist gefährdet. Sie fühlt sich an, wenn er nicht wie ein Däumen ist. Sie fühlt sich an, wenn seine Zähne ist. Sie fühlt sich an, wenn sie sich an, wenn sie sich an, wenn sie auszunehmen, als möglich ist. Sie hat eine Zeit, wenn Georgie... Das ist anders. Sie brauchen sie zu überleben. Sie müssen ihr dein Lieblings- und deinem Lieblings- und deinem Charme sein. Und ein Mensch. Sie haben eine so einfachen Entschlange für ein Däumen. Aber wie kann Menschen nie sein können, ohne divine oder devilische Intervention? So ein bisschen. Das war eine coole Szene. Endlich, die Station. Hat ein Hund einen Seel? Hund hat alle ihre Meister. Ist das überhaupt nicht möglich, ohne einen Seel? Does one need a soul to feel love? Is it possible to love without a body? What remains if you deprive a dog of a body? How can it love something it can't hear or sniff? How can it remember someone it loves if it loses its brain with its memories? In a world without bones, cold, procreation, beautiful women, rich men, bodies, basically, passion, kindness, love? Can any of it exist without the body? For a dog? What? Ah, yes. For a dog. Viele Sophie-Stunde. Ja. Das klingt gerade so, als würden wir Menschen nur Körper lieben. Aber wir verlieben uns ja auch in den Charakter. Oh, da ist es endlich. Nächster Spot. Wir lieben auch Geld. Ja, reiche Männer sind auch cool. Wir wollen nur deinen Körper. Okay, chill. Okay. Und dein Geld. Glaub mir, da gibt es nichts für zu holen. Ich könnte was machen. Maybe the crane could move it. Das Buch. Hilfe für busfertige Sünder. Eine Beichte ist ein Sakrament. Sie ist ein Zeichen tiefer Reue. Ein Verlangen nach Läuterung, das einem Gefühl heiliger Frömmigkeit entspringt. Sie ist eine zweite Taufe. Durch Buße sterben wir in den Augen der Sünde und werden im Licht der Helligkeit wiedergeboren. Einfach busfertig. Moment, wenn es ja einen Nacktheitsfilter gibt. Chat. Ich glaube, es wird eine Sexszene zwischen den beiden geben. Wenn das Ding noch funktioniert, ist es ein Miracle. Das wird eine der weiteren Sünden sein. Sie war wütend. Jetzt hat sie gestohlen. Und jetzt wird sie noch Sex haben. Bis sie dann auch jemanden sogar am Ende mordet. Was machst du? Das ist für mich auch mein erstes Mal, okay? Jetzt sei doch nicht so lau jetzt hier. Was machst du? Boah, mein Gott, schrei doch nicht so. Ah, okay. Oder sie zieht sich aus wegen Therma, ja. Wo ist die nächste Taufe? Was ist es morgen? Die Station muss die Zeit haben. Was ist das Problem? Ich glaube, es wird nicht hier stoppen. So, was wir tun? Das unterhalten sie sich über Literatur. Ja, ist doch okay. Gleich reden sie über ihre Hobbys. Die sollten sich über Videospiele unterhalten. Ich will gerne wissen, was die für Videospiele spielen. Boah, shit. Ich muss das nicht machen, aber es ist ziemlich satisfying. Indikation sehe ich bei Fighting Games. Und ich sehe sie bei Rennspielen. So, wieso fahren wir jetzt wieder zurück? Ich kann nichts machen. Ich habe Kreis gedrückt. Okay. Man kann wohl nur hier aussteigen. Ich wollte auf der anderen Seite aussteigen. Zug kommt. Die Musik schon wieder. Let's jump. What? Jump. Oh! Your ideas are so strange. For a nun. Für eine vom Teufel besessene Nonne. Oh, no. Those aren't my ideas. Oh. I mean, I didn't choose the monastery life. Were you saying that against your will or something? Not against my will. I mean, when you're 15, the monastery isn't really a dream destination. But there was no other way. Sometimes there are circumstances. You have a choice. Whether in a monastery or... Circumstances? You were 15. And now you're like an angel of God. I know you're black all over. I mean, you've never had a creature that has fallen so far as I am. Or anything else? Fallen? Ow. Yellow. Yellow ticket or something. What? Yellow ticket. I've only known you one. Mirko. Have you been married? No, never. Junge, erst mal Bodycount abchecken. Ich will nur mich selbst über dir geben. Ganz wichtig. Ist das Mirko gewesen? Das ist nicht Mirko. Geh schlafen, morgen wird ein großer Tag. So, ich komme vorbei, um einen offiziellen Antrag zu machen. Oh. Schau, die Nacht ist voller Sterne. Doch am Himmel fehlt ein Stern. Ich warte auf dem Dach auf dich. Ah, das stimmt, Ron. Cool. Tod. Mankabans. Dankeschön für elf Monate. Vielen, vielen Dank. Ich dachte, ich kann da auf der Kante stehen. Kaizo Indica. Musik Kannst du mich klettern? Das machst du toll. Das bringt mir okay. Ich? So tief? Rüdiger, nicht so tief. Nein. Okay, das muss schneller gehen. Kann ich sprinten? Auf Steam war eine negative Resonation zum Spiel, wo sich jemand beschwert hat, dass er keinen Jump'n'Runs kann. Nein. Ja, aber die Trailer sahen halt auch so null nach dem aus, was eigentlich das Spiel am Ende ist. Kann ich DeepHead benutzen? DeepHead geht auch. Geht mit DeepHead. Ich bin DeepHead Pro. Falsches Timing. Da bin ich voll schnell. Ey! Ey! hier bin ich öfters gestorben als ich zugeben will gibt es zu kann ich einen dash in der luft machen ich übersehe keine keine mechanik ich glaube du musst auf die fernste bank springen ach so ich kann doch direkt backupen ich war nach oben alles gut alles gut ja ich dachte ich kann hier aber weiterlaufen da ist saver du wo ist saver das ist ja mirko der fahrraddieb ich kenne keinen saver ich hätte es wissen sollen am himmel fehlt ein stern was für ein unsinn wo ist mein motorrad hör zu es ist etwas passiert du wirst es mir nicht glauben dieb mistkerl ukraine der zeit was ist das für eine melodie die ist von mir für dich du lügst schon wieder nein ich habe sie an dem abend verfasst als wir uns begegnet sind der ist nicht erwischt spaßorf ist mir eingefallen dass ich auf der impfen gestohlenen bike gefahren bin pyrotechnik ist offiziell tot das mime ist offiziell und lustig weil es dazu jetzt ein richtigen song gibt ist jetzt nicht mehr lustig der der typ hat zusammen mit mark eggers die haben gemeinsam einen schlager song dazu gemacht einen offiziellen deshalb der joke sitzt tot das ist nicht mehr lustig jetzt jetzt ist es zu so professionell jetzt ist es nicht mehr lustig die haben uns den joke geklaut wieso sollte auch hier niemand sein sie wird noch aktiv kohle transportiert das ist ja cool alexa dankeschön für ein jahr mittlerweile dankeschön okay sternen himmel Das ist eine Liebe. Ich muss die Bibel lesen. Ich bin eine Nonne, ich muss lesen. Die Leiter zum Paradies. Diese Leiter wurde der heilige Jakobus gewahr. Während er auf seinem Asketenlager ruhte, begeben wir uns eifrig und fromm auf diesen himmlischen Aufstieg, der mit der Scham beginnt, die wir vor Gott fühlen und mit der Keuschheit endet. Nein, ich beschwöre mich nicht in Isaac über die Bibels. Das ist ein okayes Item, okay? Ganz nett für Boss Rush. Die Fische! Der Fisch! Was ist das für ein Gerät? Ein Hecht, Alter. Klopper, was für ein Smash. Das sind tote Fische. Nur ein Fisch! Ahhhh! Inicke! Was ist das für ein Hammer? Ja, was ist das für ein Hammer? Was ist das für ein Hammer? Wer ist denn? Der Omega? Den habe ich neu hinzugefügt. Ahhhh! B 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 Bitte steig ab. Boah! Sie drückt sich automatisch, ich war gerade kurz gepanikt, was ich machen soll, oder sie drückt sich automatisch. Boah! 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 Wenger Song. Was ist dieses Spiel? Ich weiß es auch noch nicht. Wie fühlt sich das ein Fisch in die Fresse zu bekommen? Ich sag nicht ganz nett. Schön warm. Kommst du nicht mit, Junge? Boah! Äh, äh. Äh, äh, äh. Das Wasserplätschern war einfach nicht existent. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, shit! Die sind nass und müssen ihre Klamotten jetzt trocknen. Und da drin ist es jetzt kalt und die müssen sich wärmen, indem sie sich jetzt umarmen. Es kommt jetzt. It's time for sexy time! Er hat den getrotten Kopftattoo auf seiner Bauch. Warte, ich zieh alles aus. Bist du verrückt? Ich geh mir Essen machen. Wenn wir nicht alles kalt bekommen, können wir frieren. Ich wünschte, der Beat jetzt wäre immer noch hier. Die Hände, da waren gerade irgendwelche Hände, die sie ausgezogen haben. Das war doch nicht der Typ. Nee, das war nicht der Typ. Das waren diese komischen Finger, die wir schon mal gesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wie schön es fühlt, meine Wimperloh zu nehmen. Ich hatte immer so schmerzhaft. Ich werde mich für mich alles noch schmerzen. Ich werde das nicht auf einmal zu schmerzen. Wir sind nicht so schwach, wie es selbst schmerzen. Wir können es wegnehmen. Nadine läuft all night, checking on uns. Wirklich? Es ist nur wie die Streiseln-Clink. Nadine ist mehr wie eine Warden. Sie auch die Koffein und assigns uns bunks. Psst, Psst. Juhu. Dicker. Nein, bleib auf deiner Seite! Du ekelhafter Spanner! Sorry. Du bist nicht sündig. Sorry, aber das kleine von deinem Raum ist unbeerbar. Sein Arm stinkt. Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht... Oh mein Gott! Hast du Nacktheit ausgemacht? Nee. Ich denke mal, das hätten wir jetzt nicht gesehen. Wenn eine Brücke ein Röck hat, wählt es, welcher Weg zu gehen? Oh, f*** mich. Du bist keine Brücke. Du hast dein eigenes Freie Willen. Freie Willen. Seine Wahl. Aber wenn wir eine Wahl machen, nicht auf unserer vorherigen Erfahrung basieren, nicht auf unserer vorherigen Erfahrung? Nicht auf alle möglichen Vorteile in unserer Hände? Und wenn wir gegen das Rational gehen, nicht auf das Rational gehen, nicht auf das wissen, dass wir durch unsere Emotionen, durch unsere Passionen, durch unsere Erinnerung sind? Entstanden? Wie gesagt, unser Willen hilft uns, unsere Passionen zu kontrollieren. Resist die Temptation. Das stimmt. Aber wenn du deine Emotionen kontrollierst, dann gibt es immer eine Grunde. Genau? Du kannst es erklären, warum du es machst. Ein String von Logik. Wenn die Seele nicht existiert, alles, was bleibt, wäre deine logische Scheiße. Wie kann man ohne eine Seele leben? Menschen haben das noch nicht gelernt. und dann ja. Und noch mehr Fische! Der Halle ist immer übersteuert, Alter. So, du sagst, choice ist ein wunderschönes Wort? Vielleicht ist es. Ich weiß nicht. Ich verstehe gar nicht, den Punkt dieser ganzen Frage, diese Freiheit, die Gott uns mit uns geholfen hat. Warum würde Gott unsere so-called Freiheit brauchen, wenn er im Endeffekt nur mit striktlich definierenden Entscheidungen ist? Er könnte mich einfach machen, in einer Art, der würde mich lieben. Du hast einen freien Willen, aber in einem bestimmten Rahmen hast du diesen freien Willen. Riesiger Fisch! Musst du auch ingame immer leise machen, nur dass die nach jeder Katze noch lauter waren als davor. Vielleicht ist das ein Bug und das Spiel wird immer lauter und lauter. Deshalb sind die mittlerweile am übersteuern. Bro, lauf doch jetzt! Ich mach jetzt ganz laut wieder. Zum Hauptmenü. Okay, ich weiß nicht, wo ein Safe State gesetzt wurde. Ich dachte vielleicht einmal kurz Spiel neu starten und dann ist es vielleicht wieder leiser. Das ist ja wie beim Partner, du fragst ihn, ob XY machen will und der hat den freien Willen Ja zu sagen. Ansonsten ist man halt sauer. Genau. So ein Rahmen. Das ist es halt. Jetzt spielt er hier noch was Süßes vor, Chat, wie Mirko auf der Flöte. F-F-F-F-Freistyler? F-F-F-Freistyler? F-F-F-Freistyler? Digger, das hat nur einen Arm. Wie kann ich? Fettnäpfchen, das ist dieses sogenannte Fettnäpfchen. Kurz vergessen und in Fettnäpfchen getreten. Vierfach Ikone, diese Ikone war nie besonders beliebt, obwohl sie im Laden nur 10 statt der 20 Rubel für vier einzelne Ikone kosteten. Schließlich sind vier Ikonen an der Wand nicht zu verachten. Kennen wir überhaupt seinen Namen? Ich meine, der hat den gesagt, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Oh, Level Up! Schuld 5, verdiene dir jetzt 10 Punkte. Schande 8. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du zusätzlich 8 Punkte. Geil! Der ist stark. Ilja, stimmt, Ilja. Scheiß auf Schuld, Schande ist geil. Johohoho, okay! Was? Das ist ein großer Fisch. Junge, der vergammelt doch, bevor du ihn überhaupt essen kannst, er ganz aufisst. Boah, Junge. Ne, gehungert wird hier definitiv nicht. Ne, gehungert wird hier definitiv nicht. Ne, gehungert wird hier definitiv nicht. Wieso soll ich die Treppe nehmen? Wer sind sie? Ich weiß nicht. Ich habe sie nie gesehen. Ich habe sie noch nie gesehen. Ey, was ist das für ein cooler Skip? Da haben wir so einen Speedrun Skip gemacht. Hallo? Die dreihändige Mutter Gottes. Der heilige Johannes von Damaskus wurde fälschlich des Verrats beschuldigt und ihm wurde die Hand abgehackt. Nachdem er zur Mutter Gottes gebetet hatte, wuchs die Hand nach und als Zeichen der Dankbarkeit brachte Johannes eine silberne Hand an einer Ikone an. Aber warum die dritte Hand auf den meisten Ikonen als der Mutter Gottes zugehörig betrachtet wurde, wusste Indika nicht. Das ist bei mir nicht passiert. Bei dir ist ja kein Speedrunner gewesen. Scheiße. Jetzt fahr doch runter! Das ist was. Du musst dich so einen Urlauen machen, aber ich glaube, dass du sie mit dem Gewicht zu verabschieden kannst. Dann hat's mich so einen Schritt hinaus. Du musst dich so einen Schritt raus! Ich schauch! Oh, das ist nicht. Da bin ich so einen Schritt rausgehalten. Da bin ich zu verstelligend. Du bist so einen Schritt rausgejst. Ich bin nicht so einen Schritt. Du kannst du die dritte Hand durchforschen. Ich bin manchmal dabei. Also kannst du dich rausgekundigst. Fahrstuhl-Rätsel Ich könnte hier Miako, ich sehe gar nichts Ich sehe gerade nur Dein Arschloch Oh mein Gott, setz dich doch hin Wieso stehst du denn jetzt? Okay, jetzt fährt er gut Ja, das ist doch gut so Nee, es ist nicht Scheiße Äh, mein Gehirn Also hier oben gibt es ja eine Leiter Mit der kann ich Hier hin Wieso sind da diese Blöcke, auf die man klettern kann Der muss theoretisch so stehen, dass ich weiterkomme Aber Ich komme halt hier nicht so runter Ich muss halt runterfahren Der Hirn schmilzt komplett weg Moment Moment Moment, wir fahren mit dem hoch Und dann drücken wir den Knopf Ich dachte, dann fährt er jetzt hier hoch Hehehehe Hehehehe Hehehe I am confusion Ich checke halt nicht wie dieser Knopf da funktioniert Sonst gibt es ja keinen Keinen anderen Knopf Ich weiß auch nicht, was du falsch machst Hehehe Irgendwie Verstehe ich nicht, wie dieser Knopf hier funktioniert Ich weiß nicht, wie dieser Knopf Ich weiß nicht, wie dieser Knopf Ich weiß nicht, wie dieser Knopf So kann man auch Jetzt haben wir es Das habe ich übersehen Dass man hier hochklettern kann Jetzt haben wir es Oh Bin Fan von sitzen Boah, diese Stille hier Ich schätze, das hätte meine Minecraft Fabrik sein können Ja, Ilias Speedrun-Trick hat ihm nichts gebracht No Hier ist was ich denke Oh, shit Hier wir wieder Ich sage dir nichts von jetzt Oh, come on Ich bin joking Tell me Du warst, du fragst über die Freiheit Warum hat Gott dich frei gemacht? Hier ist was ich denke Wenn ich die Tsar Ich würde nicht meine Frau sein Slave Ich würde mich Ich finde mich ein free girl that can love me genuinely Do you understand? Yes It's a good example But now imagine if your Tsar has found himself a girl he loves Can you? So? So he confesses his feelings to her and invites her to his palace So? And now imagine that the Tsar also says if you come I'll drape you in gold and if you don't I'll hang you on a hook and burn you slowly This also requires her to return his feelings I see where you're going with this but it's not God who burns people in hell That would be those damn demons enemies of mankind Very well In this case the Tsar says if you come I'll cover you in gold and if you don't Parf and the butcher will catch you hang you on a hook and burn you slowly I love you endlessly but can't do anything about it Think about it even the Tsar can't actually do anything about this butcher because some unclear circumstances why can't he just stay silent so you're saying nobody can love God genuinely no so nachdem er sagt dich beschütte dich mit gold muss eigentlich nicht mehr weiter reden für mich gibt es dann ein ein aber wenn du nicht willst der muss nicht mehr weiter reden er hat mich das aber ist mir scheißegal ich bin dabei wo wann wie alles alles diese Fischdosen junge also die sind ja nicht wirklich so groß diese Dosen natürlich und die Fische sind natürlich auch nicht so groß ist das irgendwie auch schon irgendwie ein Teil des Delulu Darstellungs Ding vom Teufel so wie sie am Anfang diesen komischen tanzende Frau aus dem Mund gesehen hatte so dass sie jetzt hier irgendwie alles hier so falsch sieht die Mission ist es einen Brief wegzubringen aber mittlerweile hat sie die Mission aufgegeben und will ihm helfen und danach wohl zu irgendeiner Heilanstalt gehen wo sie den Teufel aus sich rausbekommen kann wo wir gehen genau wir müssen über da das sind Kaviar Dosen ja macht es jetzt auch nicht besser wo kriegst du solche Kaviar Dosen im Lidl oder was das macht es ja nicht besser solche Dosen gibt es ja nicht jedenfalls nicht fürs Essen ja aber solche riesigen Fische gibt es nicht Junge die Fischeier von diesen riesigen Fischen die müssen ja größer sein als Hühnereier Alter Alter let's go es ist nicht so kompliziert wir müssen jetzt glaube ich einen Turm oder so bauen riesige Eier am Anfang im Kloster wo packen wir das jetzt hin ich hab absolut keine Ahnung wo ich das hinpacken soll wo ist der Pisser eigentlich da oben da hinten ist er lass mich mal kurz umschauen dann musst du mir jetzt wohl glauben dass es da riesige Eier und eine riesige Ziege gab nee hab ich die gesehen wenn ich da hochklettere dann bringt mir das ja gar nichts ich muss ja denke ich mal zu ihm hoch ich meine hier einfach vielleicht ich weiß ja geile einfach Stapler fahren damals ja die riesige Kuh klar das war ja aber auch nicht die echte Welt das war ja da waren wir ja quasi in dieser Teufelswelt die hab ich auch gesehen die kann ich springen Ja. Hm. Wie komme ich denn jetzt? Oh. Weil das Ding kann doch nicht ausfahren und dann die Dosen hier oben bewegen. Oder doch. Und das kann halt nur greifen und loslassen. Und wir können halt nur höchstens, die höchste Dose, die wir erheben können, ist eine Dreierdose. Okay, man kann ja auch gar nicht klettern. Also das Spiel will von dir schon, dass du da wirklich in die Richtung hochkletterst. Hm. Ich darf sie übersehen. Ne, da gehst du auch nicht weiter. Hm. Hm. Ilja? Du hast doch von oben eine gute Aussicht. Kannst du mir sagen, wo ich hin soll? Hä? Bin ich jetzt komplett lost? Dann muss ich einfach mies dagegenfahren und dann kippen die alle um. Ehh, ehhhh, ooooh, ooooh, ehhhh, ooooh, ooooh. Kann ich Dosen aus der Mitte rausziehen? Vielleicht ist das so eine Hand- und die Bohnenstange-Geschichte, wo die Menschen im Land der Riesen sind und die Goldene Gans klauen wollen. Aber ich habe noch nicht mitbekommen, dass wir irgendwo eine Bohnenstange hochgeklettert sind. Nicht schon wo. Man kann auch nur mit denen da hinten interagieren, mit den Dosen. Am Anfang? Ne. Welche Leiter? Die du umgeworfen hast. Ach, das? Hey, ich check's nicht, Chat! Oh, okay! Oh. 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 diese lange treppe nach oben gleich aus 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 ich kann kein vierer turm bauen definitiv nicht nein kann ich nicht also anders geht es ja es muss ich übersehe da oben irgendwas also gehen wir durch ich kann hier hochklettern so kann ich auf das ding selbst klettern moment mal oh mein gott chat oh mein gott oh mein gott so weit habe ich gar nicht gedacht ja du hast hier bestimmt auch ein bisschen länger gebraucht oder keks jetzt ich bin hier das spiel abgebrochen ja habe ich okay moment mal aber mir gefällt mir gefallen die rätsel die rätsel sind alle so so simpel aber habe mal irgendwie einen kleinen twist ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier dann bin ich wie ja ist super kling Ich meine, es ist schön. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Und wenn wir hier einfach nur für Wälder schlafen? Ich zeige dir. Ja, das ist einfach so ein riesiges Ding, einfach kurz angehoben und es geht von alleine. Er hat es geworfen einfach mit seiner Hand. Es ist Puddle, er ist ein Singler. Warum Puddle? Denn es ist selber, er ist ein Gitarist. Oh, ich habe mich ausgesteckt. Das ist John, John Hurensohn. Er ist unmächtig geworden. Er ist im Sterben. Dort. Ne, ein bisschen Morphium und dann Yala. Nein, nicht das Morphium. Jetzt ist das Morphium auf dem Boden, jetzt muss sie das Morphium mit ihrem Mund aufsaugen und dann in seinen Mund per Mund und dann ist erster Kuss Sünde. Elia, komm. Elia. Oh. 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 Nein 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 nein, ah die Spritze! Ah die Spritze! Was? Nein, nein, alles wird gut. Natürlich. Nein, wir sind fast da. Nicht fast. Sie wissen, wo der Hospital ist? Sie denken, dass sie jemanden wie ihn nehmen? So, was machen wir? Präsen wir? Wir sehen nicht mal, sie ist eine Gläubige. Er sagt Pray, nö, kein Bock, Alter. Hier wird nicht gebetet. Ja, leg den auf das Fließband. Auf dem Fließband, jetzt den Arm abhacken. Hoppa! Einmal durch! Sie macht's halt wirklich! Hilfe! John Damaskus! Junge, was für John Damaskus! Sie hat geküsst, schon hat das illegal. Sie macht es ja wirklich. Ja, aber der Kuss war zur Ablenkung. Dass er da nicht hinguckt. Ich kann nicht weiter. Angst, dir die Hosen nass zu machen, Arschloch? Nö, wenn ich alleine wäre. Wie wäre es damit, wenn ich es rüber schaffe, ohne meinen Rock nass zu machen, bringst du mir bei, die Flöte zu spielen. Oh je, nicht schon wieder. Also gut. Und wenn du nass wirst, gibst du mir einen Kuss. Nie im Leben! Was denkst du dir eigentlich? Wirklich! Nun, du glaubst doch, dass du die Wette gewinnst, oder? Wenn du es rüber schaffst, schnitz ich dir eine neue Flöte. Abgemacht! Und, ich hab noch eine extra Bedingung. Ich krieg eine Flöte. Und mein fucking Motorrad! Ich dachte nicht, dass sie springt. Alter, Frosch, das ist dein Song. Alter, Frosch, das ist dein Song. Alter, Frosch, das ist dein Song. Jetzt kommt der Beat. Mit der Bass. Oh, was ist das für Probleme? Warte ich mal. Ich muss nach oben. Bänger. Das ist mir auch gut. Oh! Jetzt geht's ab. Schlecht. Oh, der macht einen auf romantisch. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Schön die Hände über der Decke lassen, Chat. Wenn du mit bei der Steine in den Bösen springst, dann schlafen sie auf. Mit Matheos könnte nicht spaßen. Zap zap. Dann ist die Hand weg. War aber der linker am ersten Glück gehabt. Schau. Pass auf. Schau, schau. Lieb dich zu. Ach du... Alles wird besser sein. Otherwise you would have lied down Shush 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 It's against God's plan You went against God Against God, not in the slightest This is not that bad Please be still Be quiet, please Not that bad Will it go back Why not It's not like it's harder for God to work one miracle What are they doing here? You didn't believe From the start You were angry That a miracle Could happen to me To a person like me It's so wütend of sie They're so jealous Give me an injection I'm left All this time This This wasn't just Lutzy Talk I know All this Philosophy Ah Joyce God Who doesn't talk to me I'm not He's sauer Weil er halt Hartgläubig ist Und Dafür gebetet hat Dass ihn halt Gott Heilt Und der hat halt Auf ein Wunder gehofft Und jetzt ist er sauer Weil er denkt Du mieses Sau Du dachtest Gott wird mir nicht helfen Und hast es jetzt selbst gemacht Ich habe es nicht Nein Lass mich Lass mich Lass mich Gott heilt nicht Gott schaut immer nur zu Für Gott sind wir Einfach für ihn quasi Ein bisschen Trash TV Das ist alles viel zu riesig hier Okay gut das sind aber riesige Sticker Für die riesigen Dosen Indica felt A stab of doubt What if she had made a mistake What if she had done something wrong What if the Kudyats wouldn't work Why was every step on her road to God Drawing her closer to the devil I did everything correctly Boah Statt das Spiel neu Hier ist bestimmt ein Safe gewesen oder Das ist doch ein Bug Das ist doch ein fucking Bug Will ich das jetzt kippen? Müssen wir es nochmal anschauen? Müssen wir es nochmal anschauen Man kann nicht skippen Man kann nicht skippen Kannst eigentlich skippen? Wie denn? Level neu starten Und ansonsten Wenn ich alle Knöpfe drücke Passiert nichts Vielleicht nur wenn man ein Level neu startet Also quasi wenn man schon gespeichert hat Schuss Ich drücke alle Knöpfe Halt alle Knöpfe Geht nichts Ski Sprung Nein Wir spielen nicht davor Das ist nicht so schlecht. Bitte, bitte, bitte. Ich bin jetzt einfach Mirko. Bitte, bitte, bitte. Ich bin jetzt nicht so schlecht. Wird es zurückkommen? Oh mein Gott. Soppa wird schwerer vergessen, dass ein Mirko zu arbeiten, als... Du... Du glaubst nicht... Du glaubst nicht, dass... von Anfang an... Du... Du bist wunderschön. Ein Mirko. Das ist mir. Das könnte mir passieren. Du Weict. Du, nicht da. Du �ltestin. Du nach Bögen. Du. Du, De, De... Sho. Du bist Gott. Gott hat mich nicht mehr zu sprechen, seit ich dich kennengelernt habe. Nein? Lass mich. Komm, auf meine Hand. Entschuldigung. Ich würde mir diese Hand wieder rausgucken. Ich glaube an Mirko. Für die erste Mal seit Ilya kennengelernt hat Indika eine Gefahr. Was, wenn sie ein Fehler gemacht hat? Was, wenn sie etwas falsch gemacht hat? Was, wenn die Kudats nicht funktionieren würde? Warum war jeder Schritt auf der Weg zu Gott, der sie nahe zu der Devil? Ich habe alles falsch gemacht. Otherwise, er würde sie von sepsis sterben. Und wenn er nicht? Da, er ist ein Mirko. Es fühlt sich nicht gut, würde es? Das bedeutet, er war tatsächlich zu Gott, und er hat seine Absolution. Gott, bitte. spreche mit mir. Wie war ich gegen dich? Ist es in meinem Macht, in deinem Design zu intervenieren? Ist das ein Teil von deinem Plan? Ist das, wie es sollte sein? Aber er erlaubt sich ein Späßchen mit ihr. Ilya will live. Ilya will live. Heel. Live. So now I have to feel guilt for this as well? You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Okay. Okay. Ja, als ob das... Ja, komm, du hast einen Tresor rumgeheatet. Als wär's aus fucking Papier. Mann, nicht mal ne Lampe jetzt hier. Okay. Aha. Ich kann den Hebel. Okay, machen wir nach oben. Dann schiebe ich da ne Dose rein, oder? Junge, wie weit nach oben geht das Ding? Okay, doch nicht. Hier ist ja gar nichts. Mau, was geht ab, Mann? Wann machst du wieder was mit Anni oder Unge? Das klappt nicht. Das kriegst du nicht. So günstig bin ich nicht. Hm. Was will das Spiel von mir? Ich kann theoretisch jetzt hier so drauf. Cool, jetzt bin ich hier drauf. Kann jemand für mich den Hebel drücken? Puh. Wie überall ist halt irgendwie so ein Schild hier so. Bopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Das Spiel erwartet von dir, dein Hirn anzustrengen. Ja, ich versuche es. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wir machen es noch halb hoch. Kopf benutzt. Was sagst du jetzt? Arschloch. Die PS5 erfüllt die Voraussetzung für das Spiel, aber dein Kopf scheinbar nicht. Ich darf doch wohl noch ein bisschen denken. Wusste ich jetzt nicht, dass man jetzt Rätsel alle direkt first try lösen muss. Okay. Das ist jetzt so eine Stelle, wo ich hier ranspringen muss und dann so... Und dann zur nächsten Stange, ne? Ja, kriege ich das Ding irgendwie hoch? Ohne Hebel. Mein Gott, mein Ohr juckt. Hör auf zu jucken. Ich kann nicht denken. Gleichzeitig kratzen. Oh mein Gott, mein Ohr. Okay, jetzt bin ich irgendwie auf der anderen Seite oben. Okay, ich habe es geschafft. Julio. Aber es geht noch weiter. Das ist die Bodenstange. Die uns zum Land der Riesen bringt. Was ist sonst hier so? Mal abchecken. Okay. Okay. Äh, 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 äh. Jetzt juckt mir auf einmal der Rücken. Mann. Wieso juckt mir denn jetzt alles? Oh mein Gott. Mir juckt alles. Okay. Scheiße. Ah, Moment. Das ist gut, das ist gut. Jetzt kann ich ja hier hochklettern. So, dass ich jetzt die höher machen kann. Dinken, dinken, dinken. Du musst deinen Kopf benutzen, Kegi. Bin draußen. Der Tempel of John of Damascus. The one from the poster was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Da ist Johannes. Johannes. To see the miracle and all the tickets had sold. What if her certainty in God's plan was just another delusion? A temptation she so faint hearted and was accustomed to. Sonst hätte ich direkt drauf geboxt. Aber ja, hier wird sie jetzt geheilt. Vom bösen. Bust, 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 Schuh. Ach, das ist Schuh. Ach, lol, das ist ein Schuh. Bustschuh. Für den linken Fuß, möglicherweise auch den rechten. In den Augen von Pavel Sergejewitsch, Indikas Vater, lag zwischen ihm und den Bastarden, wie er seine Diener aufgrund ihres Schuhwerks nannte, ein gewaltiger kultureller Unterschied. Die scheinbar ungebildeten Bauern weigerten sich freilich, diesen Unterschied anzuerkennen. Insbesondere, wenn sie die Gelegenheit hatten, sich mit ihm zu betrinken. Blätterteigschuh. Sie redet sich jetzt wahrscheinlich ein, dass sie das jetzt recht machen muss, sich heilen, weil dann wird der Ilja sie mehr mögen, weil sie wegen dem Teufel nicht an das Wunder geglaubt hatte, dass er geheilt wird. Was liegt da für ein Wesen? Ist das Sith aus Dark Souls? Okay. Riesenwelt, die Bohnenstange ist real. Ist wirklich. Ich bin gespannt, ob es sie gleich irgendwie noch einen weirden Plotwist oder so geben wird. Das Ding wie diese großen Sachen erklären wird. Diese Gamification erklären wird. Es ist so weird. Da haben wir ihn wieder. Kann sein, dass es gleich wieder sehr laut wird. Vor allem, es ist ja nicht alles groß. Dann ist alles wieder normal groß. Und zwischendurch ist es auch immer so gigantische Fische, gigantische Hunde, riesige Fisch-Kaviar-Dosen. Ach ja, das letzte Abendmahl. Wie sentimental. Das ist ein geiles Gerät. Da macht man einen geilen Tee. Was bringt jetzt die Plattformen? Wo soll ich die Plattform platzieren? Ich habe dieses Wort so oft gelesen, aber ich sehe das Ding zum ersten Mal. Ich habe es auch nur ein paar Mal in meinem Leben gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich damit hin soll. Da rüber? Aber ich komme da nicht dran. Da rum ist jemand. Hab dich. Mann, der hat sich extra einen Samovar gekauft, um geilen Tee zu machen. Und schmeckt er dort besser als... Ach, Moment. Da unten vielleicht einfach nur. So. Schmeckt er besser? Als irgendwie so ein Beuteltee oder so? Ich habe das halt nur als Kind getrunken. Ich kann mich da halt null dran erinnern. Gib ihn zurück. Gib ihn zurück. Gib ihn zurück. Hast du es gelesen? Das war jetzt einfach eine random Frage, um das Eis zwischen den beiden zu brechen. Die sind wieder beste Freunde. Ich kenne das nur von türkischen Nachbarn, die hatten das oft für Tee. Ja, zum Beispiel die Russlanddeutsche, die aus Kasachstan kommen, die kaufen sich auch diesen türkischen Tee hier. Weil der wohl so schmeckt wie in Kasachstan, der Tee. Also ja, da gibt es wohl Überschneidungen. Was stimmt da? Egal. Wasser läuft bei mir wieder, ja. Hat am Anfang des Streams darüber geredet und hab auch ins auf ein Update gelegt. Das Fallen sieht immer so scheiße aus. Heilige Makrele, ey. Makrele. Hä? Das ist ein Loop. Okay, die Frau ist komplett durch. Nein, das ist kein Loop, Leute. Das nennt man einfach. Ne, doch, das ist ein Loop. Ne, ist es nicht? Okay. Der gute alte Loop. Immer wenn ich vom Badezimmer, wenn ich immer vom Badezimmer ins Wohnzimmer gehe und dann von Wohnzimmer ins Badezimmer wieder zurück gehe, denke ich mir auch, ich bin gefangen im Loop. Scheiße. Hä? Okay, nein. Oh mein Gott, nein. Okay, nein. Sie ist wirklich irgendwie in dem Loop. Hä? Moment, das ist derselbe Raum. Was ist denn da hinten? Das ist derselbe... Oh mein Gott, mein Gehirn. Das ist derselbe Raum. Da ist derselbe Raum. Das ist derselbe Raum. Da, da oben, Chat. Wer ist der denn? Der bewegt sich genau wie ich. Das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Wir haben ihn gefunden. Muss ich ihn erreichen? Die miese Sau rennt von mir weg. Make sense. Äh, rein in den Ofen! Könnte ich irgendwas verschieben? Nein, da ist was. Deswegen neidern. Also halt Collectible wieder, aber ja. Was? Wohin kann ich das hinschieben? Kann ich das hier durchschieben? Ja. Nein. Würde es mir was bringen, hier hochzuklettern? Also ich denke mal, das Ding wird sein, dass ich dieses Ding irgendwie richtig hinstellen muss. Moment, das... Ja, das Item ist halt da drin, ne? Hier zum Beispiel jetzt. Ähm, warte. Hier. Wenn ich das jetzt... Wenn ich hier durchschieben kann, kann ich nicht. Ooooooh. Kannst du eigentlich jederzeit beten? Äh, theoretisch? Äh, ne. Also wenn ich nicht in dieser Teufelswelt bin, dann macht sie nur das hier. Wie verschiebe ich dieses Gerät, dass es sich, dass es mehr Sinn ergibt? Ich kann ja hier nicht hochklettern, oder? Wahrscheinlich ist das Ding nur im Weg. Aber wir testen mal. So, komme ich hier überhaupt hoch? Ja, ich komme hier hoch, so. Das heißt, wenn das Ding hier steht, dann könnte ich vielleicht da drauf klettern und dann hier drauf klettern. Ich weiß nicht, was das mir bringen soll, aber wir finden es heraus. So, ich nehme das Ding. Warte, ich stehe dann da drauf. Das bringt doch gar nichts. So, dann komme ich ja trotzdem da nicht hoch. Ich muss es versetzt hinstellen. Frage ist, wo willst du hin? Das weiß ich noch nicht. Aber ich schaue mich um. Nee, ich kann das ja gar nicht versetzt machen. Das geht ja gar nicht. Jo, escape. Ciao, ciao. Gute Nacht. Da oben muss ich hin. Da steht ja. Dann komme ich halt hier hoch und dann geht es hier halt nicht weiter. Das heißt, ich muss ja... Ich habe keine Ahnung. Wir machen es einfach irgendwie. Nee, der Raum dreht sich ja nie andersrum. Moment, jetzt steht er jetzt da. Mein Kopf kann das nicht. Der steht ja immer falsch. Der steht nie richtig. Ich kriege dich, du Schwein! Es werden halt hier noch dieses Loch. Ich könnte mich hier droppen lassen. Dann schau mir weiter! Musst du nicht eher nach unten, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier muss. So. So. Und dann... Ah, hier. Ja! 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 Wer ist denn der jetzt? Wer ist denn der jetzt? Okay. Okay. Look, that's our cathedral from the poster. Der redet nicht mehr mit ihr, der hasst sie, für ihn ist sie jetzt vom Teufel besessen, eine Ungläubige, im Gewand eines Engels. Ah, da, Batz. By the way, see the pawn shop opposite the tavern? Its owner is Naam Batz, Ephraim's brother. They've always hated each other, and yet depended on each other. Naam was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. And Ephraim Spoons would often end up in Naam's shop. We used to call them the Batship brothers. Why don't they like each other? Because each of them thinks that the other brother is richer. Soon you'll be able to play a concert there again. I want to see it, yes? Auf einmal ist alles wieder riesig. Die Glocken waren da vorher nicht so riesig. Junge, wenn die, wenn die ballern, Alter. Am besten auch um jede volle, in jeder vollen Stunde. Boah. Und du wohnst da drunter. Ist wie, wahrscheinlich sowas ähnliches wie wenn du an Gleisen wohnst oder so. An Zuggleisen. Dann wackelt alles in deiner Wohnung. Shit, ist noch nicht fertig. Get me down! 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 Down, 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 by the river. Down, 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 down! Down, 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 down! Stop it, you fucking bitch! What the fuck are you doing? Why are you down here? Shut up! I'm down now! Where is she? Don't fucking talk to me! Oi, fuck! What are you doing? Stop it, you guys! I'm coming down! Ah! You fucking bitch! What are you doing, fucking bitch? Fucking bitch! Können wir jetzt hier runter jumpen? In the canal! Oh well... Die dreht sich noch! In the canal! Die Brücke ist jetzt hier. Vielleicht kann ich noch was drauf stellen. Down! Down, down, down Down by the river! Da haben sie den Schneeegel gemacht. Jaha! Nieder mit dem Gerüst! Ich kann die drehen. Nein! Nein, 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 nein! Was bringt es denn das Ding mir zu drehen? Jungen, da unten sind Leute oder so. Also... Können wir das schaffen? Wir schaffen das! Ist die vielleicht unterschiedlich hoch? Die sehen schon recht gleich groß aus, oder? Ja... Vielleicht täuscht das nur. Wie auch niemand von denen hier hinkommt und ihr das Ding hier aus der Hand nimmt, ne? Hm. Ja, aufeinander... Aufeinander habe ich das schon gemacht, aber es kommt ja auch nichts. Sie sind ja immer noch zu hoch. Wurde da dauerhaft angeschissen von den random NPCs an der Seite. Ja, die sagen nichts mehr. Mittlerweile halten ihre Schnauze. Nein, ich komme da nicht hoch. Nein, ich komme da nicht hoch. Ah! Ja, der eine hat zwei Torbögen und der andere hat nur einen Bogen. Und so können die dann ineinander kommen. Ich wollte hier nur einen Armigen runterschubsen. Beweg dich! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Rutsche? Warte! Können wir das machen? Was? Äh, einbrechen ist keines der zehn Gebote, oder? Einbrechen ist erlaubt, oder, Chad? Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann werdet ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin und er wird sich heben. Nur wie ein Senfkorn. Aber was ist, wenn du nicht wie ein richtiger Mensch glaubst? Dann passiert ja alles. Wo ist der Kadett? Es ist vorbei. Es ist schon zu lange. Am letzten Tag zum 23. Heute? Nein, 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 nein. Ich finde es in meinen Lippen. Ja. Es ist noch hier. Ich schief mir nur mit ihm. Wenn du nur wusst, was wir schon, war überwuchten... ... Wenn du mir nicht nachden mögen, sagst du das Schönen, dann bin ich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Und ihn... Er war besser mit dir. Ich bin tot. Sie lügt jetzt, oder? Wieso sagt sie das? Wieso sagt sie das? Dann weiß er doch, dass das ein Flüchtling ist. Sie hat nicht einfach nur gesagt, yo, der ist ein Flüchtling, sondern sie hat gesagt vorher, ich möchte etwas beichten. Und dann ist er direkt gefangen. Der darf das nicht mehr verpetzen. Smart von ihr. Okay, scheiße. Scheiße. Er glaubt dir kein Wort, Junge. Oh, Frauen schlagen. Okay, Sünde. Wer einem die Grube gräbt, der muss dem anderen auch eine Grube graben. Moment, wer wurde angeschossen. Der Priester. Der hat einen Barmherzigen umgebracht. Jesus Christ. Die Petze wurde einfach abgeknallt. Da ist das Wunder. Er nimmt das mit? Oder er hätte jetzt seine Hand dran. Mit der Hoffnung, dass sie wieder dran wächst. Jakob stimm. Alter, der Booty. Er denkt wirklich, seine Hand wird jetzt wieder dran wachsen. Heiliger Uhu-Kleber. Ein. Don't you, Jed. This is only ground. Two. Ich steig wie bei jedem Kuss immer und die weiterziehen. Der Arme ist schon lange abgestorben, klar. Aber er glaubt halt an Wunder. Er ist so in seinem Glauben drin, er denkt sogar an ein fucking abgestorbener Arm. Ich hab ne Waffe! Achso, warte. Er hat ja gesagt, komm mit erhobenen Händen hoch, Chat. Er muss ja irgendwie seine andere Hand ja auch irgendwie hochheben. Smart. Hey, nicht ins Gesicht! Mein Gott, was haben wir getan? Wir können es nicht länger sehen. Das jetzt, nachdem sie rumgemacht haben, Mirko und sie. Die haben Sex! Da sitzt er daneben! Die haben gefickt! Warum nicht? Ich hab den gar nicht gesehen. Ich werde heiraten. Was? Es ist nicht meine Entscheidung. Was kann ich tun? Lauf mit mir weg. Und mit euch Zigeunern durchs Land zu ziehen. Ey, das Wort darf man heute nicht mehr sagen. Nein, nur wir zwei. Wir ziehen in die Stadt. Und wie sollen wir überleben? Wir schaffen das schon. Ich finde eine Arbeit. Aber zunächst weißt du, wo dein Vater den Schlüssel für die Ladenkasse aufbewahrt? Nein! Indyka, bitte! Indyka, bitte! Indyka, bitte! Die glaubt ihn jetzt wieder, wie mit dem Fahrrad. Sie glaubt ihm immer noch. Nein? Was? Ich soll meinen Vater bestehlen? Stehlen? Er würde seiner Tochter doch nicht etwa Geld vorenthalten, oder? Er betreibt den Laden doch nur für dich. Ich habe einen eigenen Schlüssel für die Kasse. Mein Vater vertraut mir. Ich würde niemals... Oh nein. Ich tue es selbst. Gib mir einfach den Schlüssel. Oh nein. Also jetzt kann er auf seinem Motorrad, auf ihrem Motorrad, mit einem Batzen voll Geld einfach abhauen. Und sie denkt halt, er wird nicht lügen, weil er sie liebt. Sie hatten ja miteinander gerade den Liebesbeweis. Vielleicht sollten wir es besser nicht tun? Man muss dazu sagen, vielleicht hat Mirko ein Riesengerät. Das ist also unser Motorraddieb. Scheiße. Joder, sch... Ich bin Mirko. Waka, waka, waka. Waka, 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 waka Ganova. Indica. Was machst du hier? Kennst du ihn? Ich kenne ihn nicht. Hä? Bist du dir sicher? Nein. Indica? Halt dich von dir fern. Er scheint dich zu kennen. Ich kenne ihn nicht. Boah! Junge. Den wird es ja komplett zerfetzt. Holy shit. Wir müssen nur glauben. Wir müssen nur fest glauben. Die Beine wachsen wieder dran. Boah! Wer hat sieben Kinderköpfe abgeholt? Der Priester? Der Priester? Wer ist Makar? Wer ist Makar? Der Priester? Er hat sich nicht mehr gegründet. Er war. Er hat sich nicht mehr gegründet. Er hat sich gegründet. und zu denken, über die Heilung der Heilung. Makar war für eine Woche, aber der Sonne würde nicht stoppen. So Makar schnappte, nahm die Koffer aus, sagte ein Wort, und schlussend mit einem Sling. Er ging zurück zu der Pflicht und sagte, »Es ist getan, Vater. Ich habe keine Heilung mehr. Und ich habe mein Recht, zu denken über die Heilung, wenn ich die Wartobel auf meine Sonne hatte. Oder war es ein Wagen? Ich weiß nicht. So, mein Geist ist es. Better sagen, wo er jetzt ist, in Hell oder in Heaven? Der Priester sagte, »In Heaven, of course. Er hat nicht gebeten, aber in einer Weise, Sie gab ihm ein Geist, und ihn direkt nach dem König des Heavens, ohne irgendeinem Geist. Na gut, dieser Koffer wurde in Makar's Ede. Also, er ging nach Hause, legte seine anderen Söhne vor einer Kionz, sagte eine Bedeutung mit ihm, und sagte ihn mit ihm, und schloss ihre Hände. Einfach die Kinder vorher umbringen? Bevor sie eine Sünde begehen. Dann landen sie wenigstens alle im Himmel. Wieso sind hier eigentlich so viele Türen? Würde nicht einfach ganz vorne und ganz hinten eine reichen? Er hätte nicht gefragt, für eine bessere Hände. Er ist jetzt eine Innocent-Virktin. Ein Martyr. Vielleicht wird er sogar bekanoniert. Und was für mein Auto? Was für ihn? Er wurde angelt. Was geht ab? Ja, so... Hast du grad geschlafen, oder was? Nein! 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 Come on! Nein! Nein, 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 er ist ein Schneider und der schneidet gerne Kleider für hübsche Frauen, er bemisst sie gerade nur. Er ist Tanzlehrer, genau, er möchte dir tanzen beibringen. Ich bin level ab, ne ich bin level down, ich sinke gerade, mein Level sinkt, Chad. Ich verliere gerade Erfahrungspunkte. Nein, Tracer. Wie kann ich nicht das jetzt machen? Bad? Was bedeutet das Wort? Ich habe ein Priester. Temptlich dumm. Ich bin nicht. Aber trotzdem. Was bedeutet das Wort? Bad. Sinful. Von der Devil. Und wie Sie wissen, was von der Devil ist und was nicht? Unter tausend. Unter tausend. A dog is honest. A dog is honest. It eats when it's hungry, bites when it's scared. Copulates when there's someone to do it with. Well, you remember. I'm talking about intentional dishonesty for one's own game. So, pretending your whole life that you don't want something you want. That you don't feel something you feel for eternal life in heaven. Doesn't that fit perfectly with your definition? Smart. What else did you say? Unfair. Is it fair that one tree has a thousand leaves and another two thousand? Is it fair when two people throw the dice, one gets a six and the other gets a two? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. What about what's happening now? What can be more revolting, disgusting, vile? I don't need any deliberations, I know it, I feel it. When you're cold, you don't need to think about it, you just feel it. You know that you're cold. Do you understand that there is no cold without warmth? You can't get rid of poverty and suffering, leaving only wealth and happiness. Leave me alone. Oh, I'd love to. But I will only disappear when you stop wanting me to. It's not that hard. Just remember that good and evil, warm and cold, those are just lines on a thermometer. God and the devil. Those are you. One cannot exist without the other. The devil. The devil. The devil. The devil. And the devil. The devil. The devil. Can I go now? No, no. Well, my dear. After this, let's say, complete exposure. No, you can't. Yeah. I'll tell you what. Fear not earthly justice, but light of heaven. When a soul is separated from the body. Stop right there, you bitch! Stop! My hand! My hand! van. Fuck! Stop! Stop! Why are you saying, you bitch! Help! Ugh! Fuck! der ekelhafte ist das sogar der vom anfang des spiels nähne das also ihm so ähnlich der irgendein random andere frau vergewaltigen wollte ist dasselbe ich habe mal redet auf russisch moment ich spiele gerade den first person leute moment mal ich habe es mir gar nicht gecheckt nie nieptun neptun Typisch russland war alle dort besoffen Habe ich mir recht zur Hand eingeführt Ok wieso pisst er jetzt Der hat besoffen Hättest ihn verkauft und das Geld versoffen Oh nein Oh nein Er ist noch am Anfang Er muss es noch lernen, ok? Ok Ich will dieses scheiß Hühnchen nicht One second I just need to have a look You can look but don't touch What? What did you sell me you scumbag? Oh damn Hold on It doesn't even fucking work We should just puke in here or something Good Oh Get your ass out of here Fuck Der hat sie übernommen ne Der Dämon hat sie übernommen Oder sie sieht sich Sieht sich gerade einfach als Dämon Ich denke mal hat sie übernommen Sie hat ihn halt aufgenommen Nur erfahrungspunkte Ich würde weitermachen Ich würde weitermachen Der Weg Den Weg der Schande Immer wenn du Punkte Ja, immer der untere Der Dämon muss jetzt komplett wieder hoch machen Der Dämon muss jetzt komplett wieder hoch machen Aber wieso kriegt sie jetzt wieder Wieso kriegt sie jetzt wieder Wieso kriegt sie jetzt wieder Glaubenspunkte Die 10K machen wir voll Die 10K machen wir voll Ach du Scheiße Ich dachte bei 10 ist vorbei Ach du Scheiße Das ist jetzt die weitere Sünde Chat Die Gier Okay Machen wir weiter Chat Gronk hat bis 50km geschüttelt Wenn Gronk das kann Dann kann ich das auch Wie weit hast du geschüttelt, Kit? Ich kann mal den anderen Weg probieren. Bis Level 100! Gab es ein Achievement? 300k, ach du Scheiße. Wie lange saßt du da? PewDiePie, jetzt wird es 50k. PewDiePie, hat das Spiel gespielt? Level 100 ist nicht max, ach du Scheiße. Keiles Ding. Und Shuri, Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Bis 500k bitte, nee, lass mal. Ja. Jetzt zieht sie sich wieder normal. Dieser Müll. Oh, sie hat die Kette gerissen. Sie gibt wirklich den kompletten Glauben jetzt auf. Der Teufel hat sie zu sich rübergezogen. Ja, aber Digga, was willst du machen, ne? Du bist da, wo du es vergewaltigt. Der Typ sperrt dich da ein, will dich weiter vergewaltigen. Und keiner kommt dir helfen. Nicht mal Gott. Einzige, der da ist und mit dir redet und dir hilft, ist der fucking Teufel. Und es endet einfach. Crazy. Wir werden nichts über diese Gamification herausfinden. Alles irgendwie zu offen. Naja, was heißt offen, ne? Es ging ja mehr oder weniger in der Story darum, dass der Teufel versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Und wir durchleben halt quasi einen Teil aus ihrem Leben, wo halt sie den Glauben halt wirklich verliert, ne? Und das war's quasi. Darum ging's ja. Gibt's mehrere Endings, Kit? Es war spaßiger, es zuzuschauen, als selbst zu spielen. Ich hab's dir gesagt, spiel's nicht. Hab ich bestimmt. Was ist jetzt mit Mirko? Ja, wie? Mirko ist tot. Hast du nicht gesehen? Wurde in der Mitte zerteilt. Haben wir das Artefakt geküsst, damit unsere Sünden vergeben werden? Ne, sie wollte ja damit ein Wunder bekommen. Also sie hat ja auf ein Wunder gehofft, dass irgendwas passiert. Ähm, der Typ hat's geküsst, es ist nichts passiert. Jetzt hat sie sich das Ding geholt, hat's geküsst, um irgendein Wunder zu bekommen. Und hast ja gesehen, wie sie dann das Ding so aufmacht, reinschaut, da ist gar nichts, lässt das so fallen. So quasi, es gibt keine Wunder, fick die Scheiße. Warum das letzte Mal, was? Sie wurde von ihrem Glauben geheilt. Das ist das Wunder gewesen. Wir wissen nicht, was mit dem Brief ist. Also der Brief ist, denke ich mal, was drinsteht, ist im Brief, ist komplett egal. Es geht einfach, der Brief war einfach nur da, äh, als Plottelement, um zu zeigen, dass sie halt etwas klaut. Ne? Ich denke mal, die Gamification, um aus ihrer Sicht zu symbolisieren, wie sich, äh, gute Taten vorstellt. Jede gute Tat gibt XP und jede höhere, je höher diese XP, desto näher ist man am Gott, oder so. Ja, vor allem, wenn man wirklich das Ding jetzt unendlich schütteln kann und so viel leveln kann, wie man will, so ins Unendliche, und du erreichst dabei nichts, ist dann quasi, ja, es gibt keinen Gott. Egal, wie viele Bonuspunkte du dir bei Gott sammelst, ist eigentlich scheißegal. Voll das blasphemische Spiel eigentlich, ne? Ich interpretiere das so, dass in der Kirche der wirkliche Teufel steckt. Okay. Dann erst, als sie aufgehört hat, an das Artefakt zu halten, ist die Teufelsgestalt losgeworden. Nun ist sie wirklich frei. Ich denke nicht. Aber jeder kann es so deportieren, wie er will. Aber was hat es mit dem Mann aus dem Mund? Mann aus dem Mund? Ach so, wegen, wegen am Anfang. Ich habe keine Ahnung. Die Freude, die, das Mädchen ist ja generell irgendwie ein bisschen durcheinander gewesen. Keine Ahnung. Ja, der Glaube war halt ein Coping-Mechanismus, alles. So, wie ich es aufgefasst habe, stand im Brief einfach sowas von wegen, dass die Oberen wusste, dass Indica den öffnet und liest, und dass die Indica mit dem Brief loswerden wollte. Kann ich aber auch falsch aufgefasst haben. Nee, sie hat halt nicht mal wirklich irgendwie krass darauf reagiert. Also ich denke wirklich, der Brief war einfach nur da, um zu zeigen, halt eines der Schritte, die sie weiter vom Glauben wegbringt. Um zu zeigen, dass sie vom Glauben weiter weggeht. Ja, aber alles, was der Teufel gesagt hat, das ist ja quasi das mit dem, es muss beides geben. Das eine kann unter das andere nicht funktionieren. Das war ja quasi auch alles nur... Gut, jetzt, das war ja auch alles quasi nur, um ihr einzureden, dass sie keine, quasi keine, ne, dass er halt quasi, egal was sie macht, er bleibt trotzdem da und sie kann sich jetzt quasi ihm auch hingeben. Weil lohnt sich ja nicht. Auch wenn sie an Gott glaubt, er wird trotzdem immer da bleiben, weil das eine oder das andere nicht funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einfach nur eine weitere Masche ist, damit sie sich hingibt. Der Sünde und dem Teufel. Dass sie sich an die Regeln von Gott, sondern von der Kirche und wirft das Artefakt bei der Seite. Ja, Björkki. Ja, aber waren sich ein cooles Spiel. War sehr weird. War halt nicht wirklich ein Horrorspiel. Wäre cool, wenn es wirklich ein paar mehr Horror-Elemente geben würde. Wenn, ähm, äh, wenn wirklich das Wechseln in diese, zum Beispiel diese, diese Hölle, wenn der Teufel sehr, äh, zu laut ist. Dass das wirklich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr spookiger wäre oder so. Ne? Das wäre cool gewesen. Ins Funthouse-Chat und dann let's go leveln? War für mich eine 5 von 10 zum Selberspielen. Also ich fand's ganz nett. Ich hatte mal unterhalten. Also wie gesagt, für Horror, wenn's um Horror geht halt, war's eine 0 von 10, ne? Aber, so overall, als, ähm, ne kleine Story. Ich fand's schon unterhaltsam. Die ganzen Rätsel fand ich auch ganz cool. Ähm. Ja, ich mein, ich mein, es wurde als Horror verkauft. Ich mein, deshalb wollte ich's ja auf Freitag streamen. Kann ich mal aufs Stream gehen, äh, aufs Team gehen. Ähm. Die Rätsel waren halt alle super cool, weil die halt alle so Basic-Rätsel waren, die man schon irgendwo von zigtausend anderen Spielen kennt. Aber alle hatten irgendwie so einen kleinen Twist immer gehabt. Ne? Das find ich dann ganz cool. Also die Rätsel haben Spaß gemacht eigentlich. Die Dialoge waren, äh, unterhaltsam. Sei es zwischen ihr und, ähm, I, wie weißt du, Ili, Ili, Ila, Ilai. Oder halt zwischen ihr und dem Teufel und so. Ilya. War eigentlich alles unterhaltsam. Hm. Und das hat er auf jeden Fall einen sehr eigenen Stil gehabt. Ich mein, jetzt auch nicht unbedingt jetzt direkt nur bezogen auf dieses komische Gamification-Ding oder dieser Flashback in Form von Pixel-Art-Grafik, sondern auch generell, wie die teilweise, wie die Kamerasetzungen waren und sowas. Ähm. Das war schon auch sehr eigen. Das war cool. Rätsel, Surreal, Third-Person-Horror. Nicht-Jugend-Frei. Psychedelisch. Äh, aber ja. Ja, ich dachte eigentlich, es wird ein geiles Horror-Game. Vor allem in keines dieser... Ich hab mich halt wirklich am Anfang auch so ein bisschen verarscht gefühlt, ne? Weil in keines dieser Trailer hat man irgendwie diese komische Gamification... Oh, hier. Hier hat man's gesehen. Dass es so ein Pixel-Kram ist. Diese Neuchat, die kam erst mit Release. Ich hab irgendwie drei Trailer gesehen und in keinem Trailer wurde das gezeigt. Aber wo hätte man da Leute nackt... Sally fragt die wichtigen Sachen. Ich bin hier gewesen für... für Nacktheit. Und er war nichts Nacktes. Was soll das? Äh, ja, die Szene, wo sie halt sich ausgezogen haben. Und ihre Sachen getrocknet haben. Da hat man halt ihre Tillis gesehen. Mir fehlt Gun-Gameplay. Ja, war auf jeden Fall unterhaltsam. Ich fand's cool. Ich fand's cool. Aber ja, das Einzige, was kacke war, war halt wirklich... Zu wenig Horror. Ich hätte mir wirklich mehr Horror gewünscht. Weil ich hab wirklich gedacht, es wird ein fucking Horror-Game. Jetzt sitzen wir hier... an unserem Horror-Tag... und es gab nicht mal Horror. Es war ein interessantes Game. Es war mal ein bisschen was anderes. Und das ist immer cool. Ja, am Ofen. Aber wieso gibt es die extra Einstellung, damit du keine Nippel und Titten siehst? Sie war nackt. Wir haben's gesehen. Und hätte ich eingestellt, dass ich keine Nacktheit sehen will, dann hätte ich sie nicht nackt gesehen. Der faulige Arm war schon... Ja, der war irre, aber der war ja nicht Horror. Ich mein, viele, viele... Es gibt ja viele so Walking-Sim-Horror-Spiele, die dann nicht irgendwie mit... ähm... mit... die ganze Zeit mit... ähm... Jumpscares und sowas am Start sind und so. Aber die haben dann trotzdem irgendwie eine bedrückende, gruselige Atmosphäre oder sowas. Aber das, das war hier, war die Atmosphäre nicht mal irgendwie eine Horror-Atmosphäre. Es war halt wirklich einfach nur... Klar, es war düster, aber von der Atmosphäre her hatte das irgendwie gar nichts von Horror gehabt. Es war einfach nur ein kleines Story-Game. Ich habe den... Sally, wir haben sie nackt gesehen. Also ich habe es nicht ausgestellt. Wir haben Brüste gesehen. Sally! Hey, Matsuno. Tom Mendes-Souls. Gut, habe ich schon gespielt. Aber wieso? Willst du jetzt einfach random ein Spiel in den Chat werfen? Sekiro ist auch gut. Hat auch Spaß gemacht. Ist ein gutes Game. Kennst du Dark Souls? Auch geil. Aber doch nur im Schatten. Was willst du denn jetzt? Wenn da steht, es gibt Nacktheit im Spiel, dann erwartest du, dass du jetzt jeden Zentimeter der Genitalien der Menschen siehst, oder was? Sie war nackt. Wir haben Titten gesehen. So, was erwartest du jetzt? Hast du jetzt erwartet, wir werden jetzt Genitalien sehen, Penetrationen sehen und so? Sally ist halt jetzt einfach mega enttäuscht. Sally saß hier und dachte, jetzt gibt es fett Ficken, Alter, hier. Da gibt es nur einen Nacktfilter. Ich will jetzt Ficken sehen. Und jetzt einfach enttäuscht. Die ganze Zeit nur hier gewesen. Nicht wegen dem Spiel, sondern Ficken. Und dann kommt kein Ficken. Man hat dann einfach nur für ein paar Sekunden Titten gesehen. Nee. Nee. Ist mir zu wenig. Äh, ja, ich lade das Video dir auf jeden Fall hoch, ja. Aber ja, Chat, das war sick. Das war sick. Äh, ich habe an sich für heute auch gar nichts anderes vorbereitet. auf jeden Fall bin. Gut. OK.